Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und auch heute wieder im Trio mit Kalli und Christian, hallo. Und ich bin der Max, hallo, hallo. Wir sind bei Folge 152 aufgelaufen, denn heute gibt es Lola Rent. Das ist ja schön, Max, wie kommt denn das? Der Film ist jetzt 20 Jahre alt, 1998 kam der in die Kinos und lief hier vor kurzem im Kino in der Schatzkiste und man könnte sagen, Menschen sind weiterhin interessiert, oder? Ja, auch 20 Jahre später. Und ich habe gleich vor der Folge nochmal ausgerechnet, wie alt war ich wohl, als ich den im Kino gesehen habe und 17 war ich und das war also noch so richtig volle Kanne, also ich glaube die intensivste Zeit ins Kino zu gehen, also im Sinne von zwei, dreimal die Woche ins Kino gehen, das war definitiv so im Zeitraum zwischen 14 und 18 so. Also ich habe natürlich danach, denn als ich neben meinem Kino gearbeitet habe, habe ich dann auch viel Filme geguckt, aber das war dann auch irgendwie manchmal noch anders und manchmal bin ich mit Kollegen noch in die letzte Hälfte von einem Film, den wir eh schon gesehen hatten oder so, das war nochmal so eine andere Atmosphäre für mich, dieses so, ich kaufe mir ein Ticket so und will jetzt den neuesten so und so Film sehen, wo es mir manchmal auch egal war was oder wo man manchmal so lustige Deals hatte, wie der Kumpel sagt, wir gucken jetzt Fair Game. Was? Das Ding mit dem Model und diesem anderen Typen? Nö. Ja doch, komm, ich bezahle dir auch die Hälfte deiner Karte. Na gut. Und dann auch nicht selten direkt nach der Schule, zack ins Kino, also auch in das Kino, das da auch bei euch gleich um die Ecke ist, schön ins Ziel ist da und das hatte da mich damals gerade aufgemacht und so werde ich da irgendwann dann auch drin gesessen haben und Lola Rent geguckt haben und ich weiß noch, das war schon was Besonderes, dass ich in einen deutschen Film gehe. Ich hatte schon sehr, sehr großen Bock diesen Film zu sehen, das war nicht so mein Beuteschema in dem Alter, das kann ich auch sagen. Ich habe eher gedacht, deutsches Kino, auch damals schon waren es Komödie mit Til Schweiger, da hat er noch nicht so oft Regie geführt oder produziert, aber auch da gab es öfter mal so das Gefühl, ich gucke jetzt nicht den bewegten Mann oder so und weiß gar nicht, wie viel Unrecht ich einem Sönke-Wortmann-Film da tue oder so, aber Lola Rent war ganz schön sexy, das hat ganz schön Lust gemacht. Also ich wusste auch nicht viel über den Tom Tück war oder wie der Film erzählt, doch ich glaube, das wusste man. Davon hat man sich irgendwie erzählt. Also deswegen bin ich gerade schon noch neugierig, bevor wir gleich gucken, wie ihr auf den gestoßen seid, weil ich vermute, ihr habt den nicht im Kino geguckt. Nicht damals, nicht 1998. Also ich war ungefähr zehn und bei mir war glaube ich eher Fußball-WM in Frankreich wahrscheinlich das beherrschende Thema in dem Jahr, aber ich habe keine Ahnung, weil ich den das erste Mal oder wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich nehme an im Fernsehen und ja jetzt beim Wiedersehen. Gab es dann Vorwissen beim Fernsehen gucken, also im Sinne von, das ist der Film, der dann auch gar nicht so unerfolgreich war oder oder? Keine Ahnung, also ich glaube irgendwie vielleicht die Wahrnehmung Franka Potente, Moritz Bleibtreu als bekannte Schauspieler, aber sonst keine Ahnung. Ich weiß nicht, kann ich nicht mehr. Einfach nur, was du erinnern kannst, Kalli, so mit Nola, du kennst ihn ja schon. Genau. Ja, also ich muss einen mal vorausschicken, also ich war zwölf, als der rauskam und ich habe damals auch viele Filme geguckt, war auch so, ich sag mal so, ich habe unglaublich viele Filme geguckt in dem Alter, weil wir hatten damals halt, wir hatten uns da gerade Premiere geholt, das war ja das große neue Indie damals gewesen und dadurch kam ich da auch nicht vom Fernseher wirklich weg, vor allem im Winter. Und ich hatte aber immer einen gewissen Vorbehalt bei deutschen Filmen, weil ich hatte, wir sind ja auch mit dem amerikanischen Kino aufgewachsen und die haben ja eine ganz andere Inszenierung und habe damals mal gedacht, deutsche Filme, ach naja, mal gucken, wie das ist und wurde damit auch gar nicht warm und habe dann Nola Rent auf Premiere auch gesehen, das war dann auch, also das war auch kurz, also kurz nachdem es dann auch wirklich auf Premiere lief, das war ein Jahr später, denke ich mal. Ja. Und die nehmen sich nicht zu ernst, herrlich und ich fand dann, und mich hat damals auch Moritz Bleibtreu unglaublich begeistert, ich liebe sein Spiel auch heute noch, ich finde, er hat eine wunderschöne Artikulation und schöne Mimik und das hat es mir damals aber gar nicht gewahr gewesen, also zum Beispiel jetzt, die meisten haben ja angefangen mit Knockin' on Heaven's Door, was du mit angebeutet hast, den habe ich recht spät gesehen und ich bin auch kein Til Schweiger Fan, also überhaupt nicht. Der war ja auch nicht nur lustig, ich glaube, den habe ich sogar gar nicht gemeint, den fand ich vielleicht sogar auch gar nicht uninteressant, fällt mir gerade so ein, wenn du den gerade erwähnt hast. Ach, der bewegte Mann vielleicht? Ja, ja, zum Beispiel und es gab schon noch ein paar andere Kumpel, Fritschweiger auch damals schon, aber interessant, Knockin' on Heaven's Door, äh, interessant, erzähl mal weiter. Ja, naja, nichtsdestotrotz, und das habe ich ja nicht so wahrgenommen tatsächlich, das war dann auch immer, das war ja noch wieder davor auch gewesen und ich habe dann erstmal mit Lambo, fand ich ja mal was schön, dann kam Schule mit Daniel Brühl und dann war auch erstmal gar nichts, weil im deutschen Kino habe ich mich damit gar nicht so befasst und das kam in den ersten letzten Jahren und dann war für mich so das große Ding, wo ich dachte so, nee, das deutsche Kino, das, ähm, da musst du wirklich hingucken vom Suchen und Finden der Liebe, fand ich sehr toll, interessiert und dann kam ja auch im gleichen Zeitraum noch, warte mal, wie ist der? Ja, mit August Diehl und Daniel Brühl. Ja, was nützt die Liebe in Gedanken? Und der hat mich so geflasht, seitdem bin ich fürs deutsche Kino-Kumpel. Also den fand ich, den fand ich so toll inszeniert. Magst du was, muss er auch? Nee, also das war für mich so die Zeit, wo ich dachte so, nee, du musst da jetzt hingucken und ich finde, da kam auch immer wieder was. Also, und um das Thema Till Schweiger zum Beispiel zu bringen, der ist in den letzten Jahren ja, glaube ich, der hat ja das deutsche Kino sehr amerikanisiert, äh, bin ich kein Freund von, aber ein Film aus dieser Reihe, ähm, das finde ich auch unschlagbar bis heute und das ist Barfuß. Und der ist sozusagen im Vergleich zu diesem ganzen kleinen Ohrhasen, bla bla bla, komplett untergegangen. Den fand ich schön gemacht. Das war mal was anderes, ne? Ähm, da hab ich damals gedacht, oh, der kann was. Aber alles andere, das war nicht meins. Ich glaube, da krieg ich trotzdem ein Till Schweiger-Beiß-Reflex, aber ich hab ihn nicht gesehen, insofern halte ich mich da mal zurück. Ähm, ich, es ist gerade interessant, dass wir, also da, da, vielleicht driften wir da nachher auch nach dem Film bestimmt auch nochmal so ein bisschen hin, so, deutsches Kino in den 90ern oder, also überhaupt, also, weil für mich fühlte sich schon auch Lola Rennt an wie so ein Film, oh, also es passte gut zu dem 17-jährigen Christian, der auch neugierig war, wie Filme gemacht sind, gerne auch selber welche machen wollte und auch zu dem Zeitpunkt auch schon, bestimmt schon mal irgendwie rumgedallert hat mit der Kamera. Und dann war das sozusagen so, also das war sehr anders als wie der, der Tatort irgendwie aus der gleichen Woche oder so, ne? Äh, aus dem Haus, aus dem ich stamme, wurde sowas nie geguckt. Ah ja, okay. Aber einfach nur sozusagen, was man jetzt vielleicht gedacht hätte, wie so ein deutscher Film ist, so, da war da auf jeden Fall überraschend, fühlte sich, also ich hatte eher so ein Gefühl von, ich weiß auch nicht, wer der nochmal genau war, aber Trainspotting war ja auch so ein Film, der sehr reingehauen hat, der mich sehr, also, angeregt und überrascht und, oh ja, das ist, das ist, das ist, das ist ein Kino, so, ne? Also da hat sozusagen die, die, die Leinwand richtig vibriert und, ähm, da genau, das war sozusagen für mich die Überraschung, ach, das gibt's jetzt also auch aus Deutschland, mal gucken, wo das noch hingeht, so, ne? Ähm, und, äh, jetzt hab ich grad so gedacht, äh, dass, also wenn, wenn in den, also versuche ich grad den Faden wieder zu kriegen, also deutsches Kino, ach so richtig, also richtig, äh, also eingeschlagen, also dass ich dann gar nicht mehr so diese Vorbehalte hatte, fing das dann bei mir an mit Andreas Dresen so an, den muss ich jetzt eh öfter denken, weil er jetzt ja ab und zu in Rostock hier an der Hochschule Musik und Theater Schauspielunterricht sozusagen mit, mit Filmfokus macht. Und, äh, der hat ja den einen oder anderen interessanten Film gemacht, unter anderem ja auch, äh, einen Film, der komplett in Lütten-Klein spielt, in einem Rostocker Stadtteil und, äh, und dann hat er halbe Treppe gemacht und das war dann so eine Art von Film, wo ich dachte, jetzt hat er einfach nur eine Videokamera, also in Anführungsstrichen nur, eine einfache Videokamera genommen und macht dann mit Kinofilme, wow! Also, äh, für mich vermischt sich das alles so ein bisschen, dabei sind ja nun wirklich zwischen Andreas Dresen und Tom Tücker durchaus Welten, so, ne, aber das, also, ja, für mich ist das so Ende 90er, Anfang 2000er, da ist ganz schön was passiert und natürlich gleichzeitig, ja, auch die, also du warst gerade, kommst voll in die Pubertät, ich komme voll ins scheinbare Erwachsenenleben, so, also das sind ja auch so besondere Momente, man nimmt, glaube ich, Filme auch nochmal anders wahr in so einer Zeit, ne, also, ja. Ja, und jetzt gucken wir Lola Rente und haben jetzt gar keine Einführung. Ja, tatsächlich. Wie baust du diese schönen Dinge, die du über der Schatzkiste erzählt hast, äh, äh, an anderer Stelle einfach so ein oder gibt's was, was vielleicht wirklich jetzt interessant wäre, weil das Schöne ist ja, wenn du zu der Schatzkiste eine Einführung machst, es verändert ein bisschen das Sehen so, also, ein kleines bisschen wünsche ich mir das. Ja, ich überlege auch gerade, was ich eigentlich so erzählt hatte da vor ein paar Wochen. Das muss ja nicht, aber vielleicht ist das, was du noch einfühst. Ähm, also was, was für mich, oder, äh, der ist ja relativ kompakt, der Film, und deswegen konnte ich mir auch beide Audiokommentare anhören, sowohl mit Tom Tücker und der Katerin. Ja, und der zweite. Als auch Tom Tücker und Moritz bleibt treu. Es gibt zwei Audiokommentare auf der Blu-ray. Ähm, ah ja. Und, äh. Und deine Katerin, interessant, über die Katerin habe ich noch nie nachgedacht. Die, äh, also, das war ihre erste. Mathilde Bonnefeu ist das schon? Entschuldigung. Genau. Ach, tatsächlich? Also, die dann für, also, war mir unbekannt quasi, also ihre erste, äh, wo sie hauptamtlich sozusagen Kater war. Ja, cool. Und die unter anderem für, für, äh, andere Tom Tücker-Filme, wie? Ja, andere Tom Tücker-Filme, aber den Oscar geklicht hat für die Citizen Four. Da war sie Produzentin, so, wenn ich das richtig mitkriegt hätte. Na, sie hat auch gecuttet. Dann auch dieses, also, auf jeden Fall. Also, mindestens, mindestens, also. Bei den, den, den Oscar, weißt du, war wahrscheinlich bester Dokumentarfilm, dann wird das ja Produzenten-Ding sein, ne? Ja, aber genau. Ich weiß, dass, genau, die Laura Poitras hat in Berlin bei Mathilde Bonnefeu geschnitten, ich glaube, gemeinsam mit. Genau. Und die haben auf jeden Fall erzählt, dass die, äh, wie gesagt, es war ihre erste Arbeit, wo sie eben Katerin war und nicht Assistenz oder zweiter Katerin oder sonst wie. Ja, das ist ja. Ähm, haben gesagt, sie haben erstmal alles gesichtete, äh, alles Material von vorne nach hinten durchgeguckt, haben dann einen Teaser erstellt und auf Basis dieses Teasers haben sie dann angefangen, äh, das sollte der Rhythmus und das Tempo des Films sein. Und dann haben sie erst angefangen eben, also sie haben nicht irgendwie so, wir machen ja heute mal eine Szene und dann machen wir eine andere Szene und dann gucken wir nachher mal, sondern haben erstmal alles komplett gesichtet irgendwie. Ja, stimmt. SWR oder WDR hatte irgendwie so gesagt, hier, wir haben ja noch Geld rumliegen und, äh, die X-Filme waren eben gerade entstanden und hatten zwei Projekte, die sie beide in die Nassen gebracht hatten und, äh, dann hat Tom Tüffer gesagt, ey, das Geld nehmen wir, ich hab hier irgendwo ein Treatment rumliegen und, ähm, daraus entwickelte sich dann erstmal der Film und soll eigentlich erst ein TV-Film werden und dann wurde es immer größer und, äh, mit dem Geld, was sie nachher mit Lola Rent eingenommen haben, konnten sie dann endlich die ganzen Schulden erstmal abbezahlen, die sie durch die anderen beiden Filme gemacht hatten und, äh, dann ging das so langsam anscheinend in bessere, Fahrwasser, was so die Produktionsgeschichte und so angeht bei denen. Das ist wirklich der Beginn von was Neuem, das ist ja hochspannend, oder? Auch spannend, in welchen Rahmenbedingungen das so passiert, da war was über, da hat man vielleicht auch gar nicht so genau hingeguckt, macht mal, ich hab hier noch was in der Schublade, ist das nicht geil? Also sowieso was entsteht, also statt, wie man oft ja sonst von Filmentstehungen hört, wie das immer ganz aufwendige, lange, durchdachte Prozesse oder auch erkämpft ist und so, ne? Und denkt mal, mein Gott, zehn Jahre später wird das endlich passieren und der entsteht einfach so. Und ich fand halt noch interessant, oder für mich war das so Namen und Köpfe, ähm, die Produzentin hieß, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, aber die ist jetzt aktuell gerade die Vorsitzende vom FFHSH Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein und wechselt jetzt zumindest an die Deutsche Filmakademie, glaube ich. Also deswegen dachte ich, ey, das Gesicht hab ich erkannt und aha, da kommt die also wiederum her, so von wegen, wo kommen denn eigentlich die Leute, die in diesen Filmfördergebien sitzen und so. Ja, ja. Schön. Ja, 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 ja. Ja, und jetzt werden wir gleich in die wunderbar jungen Gesicher von Franka Potente und Moritz Bleibtreu gucken, ich weiß, das hat mich nochmal sehr fasziniert, ich bin auch erst vor gar nicht so langer Zeit nochmal wieder gesehen und freute mich vor allem über diese Zeitreise, weil 20 Jahre später ist. Ja, und es sind ja nicht nur die beiden, es sind ja noch viel, viele mehr, aber das können wir dann gleich. Da bin ich ja auch gespannt, wer da alles mitspielt, das man ja gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ja, ja, zum Beispiel der Viktoria-Regisseur tritt auf. Wie hieß der nochmal? Sebastian Schipper. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber das werden wir dann gleich alles feststellen. Ja, das war so ein bekanntes Gesicht, das ich nicht gleich einordnen konnte. Ich glaube, der hat so einige Regiekollegen mit da untergebracht, so war das. Ja, also war so der Dunstkreis anscheinend, wie die sich so kennen da alle. Und die Mutti von Moritz Bleibtreu ist auch dabei. So, und wir gucken jetzt erstmal rein und dann tauschen uns darüber aus und wir gehen jetzt mal schnell noch 20.000 Mark besorgen. Kennt man das noch? Das werden wir gleich auch feststellen. D-Mark, Telefonkarten. Wir starten mal den Film und in wenigen Sekunden geht es hier gleich weiter. Bis gleich. Bis dann. Uch, schon wieder da. Ja. Ja. 80 Minuten später. Das war Lola Rent. Also ich habe den jetzt zuletzt gesehen vor ein paar Wochen gehabt schon, um das vielleicht auch nochmal so einfach reinzubringen, zu Hause geguckt. Und war eigentlich erstaunt darüber, wie viele Bilder oder Szenenfolgen noch in meinem Kopf eingespeichert waren. Also es war wahrscheinlich dann auch die Zeit, als ich das erste Mal gesehen habe, wo die Filme so dermaßen tief unbewusst, bewusst sich ins Gedächtnis gehämmert haben, dass ich dachte, ach ja, genau. Und wie sie über das Auto rutscht und der Fahrradfahrer und ach hier und dieses und ja, genau. Was ich aber nicht mehr auf der Kette hatte, war das Ende. Ich dachte immer, ich hatte das irgendwie so abgespeichert, dass eines der, also das nach dem Motto Verbrechen lohnt sich eben nicht enden. Das finale Ende wäre sozusagen, aber getäuscht. Es ist auch total okay, jemandem noch eine Waffe in die Hand zu drücken, mal gucken, was der damit macht. Ja, ich finde den auch angenehm politisch unkorrekt. Also damit hält er sich nicht so richtig auf. Der hält sich allgemein nicht auf. Lässt sich nicht aufhalten. Unter Druck. Ja, und kann ja sein, dass das mit dem so bestimmte Szenenfolgen im Kopf haben, dadurch, dass Motive und Figuren ja allein schon durch die Dreierwiederholung sehr präsent sind. Plus, dass ja auch die, auch Figuren alle schon nochmal eingeführt werden. Das hat sich zum Beispiel nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich habe, glaube ich, auch beim letzten Mal, bin ich ein bisschen später eingestiegen. Und das ist schon nochmal sehr interessant. Also einem sozusagen das Figurenreportoir schon mal so in diesem weißen Gewusel im, sozusagen, in der, wie es wir nennen, im Intro, sozusagen. Ja, der ewige Vorspann, ne? Also der geht ja gefühlt fast zehn Minuten, also du übernachdenkst oder so. Ja, ja, ja. Bei der Länge des Films an sich. Ich meine, heute ist ja, gibt es ja so ordentliche Vorspinne selten. Also mir fällt aus dem Stand kaum noch einer ein. Im Sinne von einer Titelsequenz. Genau, also sowas wie, jetzt komme ich natürlich nicht auf seinen Namen, Soul Bass eben für Hitchcock dann immer gestaltet hat und solche Sachen. Und heute ist ja, kann man ja, weiß ich nicht, wenn vielleicht nochmal ein Darstellernamen oder so eingeblendet und manchmal auch der Titel aus Versehen. Aber gefühlt ist das irgendwie vorbei oder verschwunden oder kommt vielleicht irgendwann mal wieder, keine Ahnung. Aber ich meine, es fällt schon ein bisschen auf, also ich wusste dann schon nicht mehr, dass es also diese Anfangssequenz gibt. Und dann gibt es ja sozusagen nochmal eine Vorstellungssequenz, wenn dann sozusagen die einzelnen Verhandlungsfotos mit Namen und Rollennamen auf dazu. Handschriftlich. Hatte da so gedacht, na, die werden sich schon auch ein bisschen gefragt haben, wie aufregend und ungewohnt sind wir eigentlich gerade? Und könnten wir vielleicht mit unserer Innovation so auch ein bisschen die Leute vom Kopf stoßen, die sich schon ganz gerne orientieren, wer ist wer und wer gehört zu wem oder so? Also ich finde, dass sozusagen der Film das überhaupt nicht nötig hat, aber es ist da so. Also die Doppelung fällt mir auf, dass sozusagen nicht nur mal schon mal die Gesichter andeuten, sondern sogar nochmal eine klare Zuteilung. Auch sozusagen Konstellationen werden da ja auch sichtbar, also so Paarungen. Also das ist, da habe ich das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass man sich nicht sicher war, ob man vielleicht den einen oder anderen Zuschauer in 80 Minuten überfordern könnte. Also ich überlege jetzt natürlich, kann ich halt nie mehr nachprüfen im Sinne von, wie wäre denn der Film, wenn eben diese Fahndungsfoto-Info, wenn das nicht wäre und wie man dann die Figuren so hat oder nicht hat. Also dadurch, dass ich, ich möchte dann einfach, mein letztes Sehen war tatsächlich, ich bin dann einfach später dazugekommen, als der schon lief. Also wirklich überraschenderweise so ein Filmabend, den wir sonst immer zu dritt machen, zu dem kam ich dann mal zu spät und die zwei haben sich schon mal entschieden gehabt. Und ich kam dann tatsächlich rein ab dem Moment, wo sie gerade die Treppe runterheizt. Und deswegen war es auch nochmal sehr schön. Man wird ja wirklich toll reingeworfen am Anfang gleich in das große Drama zwischen den beiden. Das war jetzt sozusagen auch, das habe ich jetzt wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Das war schon, das ist schon cool, dieses, also eigentlich diese völlig absurde Grundkonstellation, die man ja wirklich mal einfach schlucken muss. Sonst kommt man da ja auch nicht weiter in dem Film und die einfach da drüber, finde ich, sozusagen dem Zuschauer zu indizieren. Einfach weil, das sind zwei junge Menschen, die sind in so großer Not und oh Gott, was macht man denn da bloß so, ne? Also man ist schnell in dieser, in dieser Geschichte drin und ja, vermutlich bräuchte man das nicht. Und gleichzeitig macht das natürlich auch einen Heidenspaß, also weil der Film ja auch dafür viel Zeit investiert in dieses, wie, also das heißt, er investiert nicht viel Zeit, aber er deutet immer an. Da steckt ja hinter jedem Menschen ein ganzes Leben, eine ganze Biografie und könnte ja sein, ein Tag macht einen großen Unterschied. Wie war es denn für dich, Carly, mit sozusagen dem Wiedersehen? Kannst du dich erinnern, wann du ihn zuletzt gesehen hattest? Ja, habe ich. Ich habe schon geguckt. Vor 19 Jahren habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ich konnte mich tatsächlich nur an drei Sachen erinnern. Zum einen an den Videoclip mit Thomas D., weil die Musik ja auch sehr prägnant war. Ja. Dementsprechend auch ein paar Szenen, die da so auftauchen, hatte ich da noch im Kopf. Denn Mannis Tod, den hatte ich noch vor Augen gehabt. Und tatsächlich, das ist, und dann wusste ich halt nur noch, dass es immer wieder losgeht. Mehr wusste ich nicht mehr. Ansonsten war alles weg. Das war am Anfang für mich, als wäre ich einen komplett neuen Film gucke. Also das war für mich total Fremdeln. Also ich konnte mich auch an diese Trickfilmsequenzen überhaupt gar nicht erinnern. Gar nicht, okay. Also das war so, muss ich aber auch sagen, mir haben die auch nicht gefallen. Die ist wirklich ziemlich hässlich. Also dadurch, dass mir das nicht gefallen hat, glaube ich, habe ich das eher verdrängt. Deswegen kann ich mir das auch erklären, warum ich mich daran nicht erinnern kann. Hintergrund dazu, das ist der gleiche Zeichner wie Zehn kleine Jägermeister von den Toten Hosen. Ja, das fand ich auch hässlich. Und dieser hässliche, der diese hässlichen Zeichnung macht, das ist der Arme. Das habe ich auch gerade gedacht. Rett dir mal bitte seine Ehre. Pass auf, wir machen jetzt noch einen Riesenbogen. Der heißt Gil Alkabetz. Das ist Gil wie Gil Oparim. Und Carly hat ja gerade neulich geguckt, Juliet Naked. Und da lief der Vorfilm Megatrick von einer Studentin der Barbelsberg-Potsdam. Und da war dann auch noch im Abschluss mitgenannt, eben Herr, ich bin nicht sicher Professor, aber Gil Alkabetz eben als MHD. Also aktiv sowieso noch. Man hört ja wahrscheinlich nicht einfach auf, aber eben auch im filmhochschulischen Kontext aktiv. Na Megatrick sind die schönsten zwei Minuten, die man zur Zeit auf einer Leinwand sehen kann. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Genau, daher kommen diese Sequenzen. Ich finde die nicht hässlich. Sie sind in dem Zeitgeist angepasst. Also ich sage jetzt mal, das kam ein paar Jahre später. Berlin, Berlin. Berlin, hat ja dann auch mit so immer so, als der erste Serie, teilweise Tricksequenz gespielt und teilweise normal. Was damals auch von der ARD produziert wurde. Und da ist der Stil recht ähnlich, finde ich. Also nicht gleich, aber es ist auch so, von der Zeit her ist es ein ähnliches Stil, finde ich. Woran ich denken muss, ist tatsächlich Nature Born Killers. Und dass das sozusagen einfach eine weitere, also der ja auch quasi verschiedene Filmformate, unter anderem auch Trickfilm, benutzt, um so auch Gefühlszustände, ne, einfach Atmosphären zu kreieren. Und das funktioniert natürlich schon, also auch wenn ich das jetzt selber, diesen Zeichentrickstil nicht mag. Also im Sinne von konkret diesen Stil, den dieser Zeichner dort wählt, ne. Finde ich die Idee, also in diesen, also, ja, also es ist ja quasi wie so eine, ja weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen wie so eine kleine Heldenfigur, ne. Es ist ja eigentlich immer sozusagen, also würde Lola da nicht losrennen, wäre es eh vorbei so, ne. Also es ist so dieser, das ist dieser eine Impuls, der, der ja auch ein bisschen magisch oder irgendwie ein bisschen märchenhaft ist. Weil ich frage mich das übrigens immer die ganze Zeit, warum läuft die los? Also, also was, was ist der Kick so, ne. Also gerade wenn es sozusagen noch zwei weitere Male ist so. Und die Trickfilmsequenz, finde ich, die macht einfach so, hey, weil sie die Heldin des Films ist, verdammt nochmal. Deswegen läuft die los. Und ihres Lebens, keine Ahnung. Ja, und der Vorspann greift das ja eigentlich auch schon auf, ne. Da ist auch diese Thematik mit der, mit der Uhr, mit dieser Spirale, die halt immer wieder auftaucht und vorkommt. Ja, Punkt. Also, also ich meine, dieser, dieser, dieser metaphysische Teil, dieses so, also so dieses Nachdenkliche, was ja auch sehr bestärkt wird durch dieses, diese, diese beiden Rot-Momente, also jeweils nach dem Tod von ihr und ihm. Ähm, wenn die da so im Bett liegen und so dieses Sinieren, also das einen man ja vielleicht kennen kann, so dieses, ja, wie wäre das eigentlich, wenn, so. Wenn ich mal nicht da wäre oder so oder hier und da und meinst du es eigentlich wirklich ernst mit mir und hörst du mir zu, so. Und dann schweifen dann so die Gedanken manchmal auch so ein bisschen ab und dann schweifen meine Gedanken immer in so eine Richtung von, ja, vielleicht ist das ja wirklich so, dass wir nie ganz verschwinden, sondern immer wieder in irgendeiner Form wiederkehren. Aber nur mit einer Ahnung, so. Und ich finde, dieser Moment steckt total drin, wenn die blinde Frau, die ja nun auch noch zufällig die Mutter von Moos Bleibtreu ist, äh, ihnen die Karte überlässt und die sich nochmal kurz scheinbar angucken oder auch nicht so, ne. Aber es gibt so einen Moment von, irgendwie ist da so, als wüssten die was voneinander, ohne es je gesprochen zu haben und ohne es selber sagen zu können. Und davon gibt es so ein paar Momente, ne. Das sind ja auch diese einringlichen Blicke, die zum Beispiel der Bank-Wachmann Amin Rode, genau, und Lola, die Franka Potente da so austauschen, ne. Ja, also wo man das Gefühl hat, er erinnert sich gerade an die Episode davor. Ja, das ist ja dann auch mit der, die Bedienung der Waffe, ist ja was, was sozusagen in der ersten Episode weiß ich es nicht und in der zweiten kann sie es dann plötzlich. Sehr schön übrigens, wie ihr beide dann zusammengezuckt seid, als sie den ersten Schuss haben. Furchtbar, ja. Ich bin übrigens auch wirklich total gewagt, diesen ersten Moment, wenn der da in die Kaufhalle geht, bin ich total verdannert, so. Oh Gott, du kannst doch nicht, nein, du schießt doch nicht auch noch und auch mit dir armen Händchen schon tanzen, was jetzt passiert ist, ist so furchtbar. Also das fühlt sich, also das meine ich so mit herrlich politisch unkorrekt, so, weil das ist, das ist nicht, also das kann man nicht so leicht durchgehen lassen, dass der da so reinballert, so, ne. Und dass sie dann auch noch den Typen da so, dem alten Wachmann da so eins drüberzwirbelt und als nächstes ihn beinahe auch noch erschießt, ne. Aber weil du eben schon gesagt hast, die Heldin, also dieses Thema Superheld vielleicht auch, ne, also diese feuerroten Haare, ihre Superkraft ist der Schrei, der Glas und vielleicht auch die Zeit anhalten kann. Und mir kam jetzt beim diesmaligen Gucken kam mir so, wahrscheinlich ist das bei mir so ein bisschen vermengt Lilu aus das fünfte Element und Lola aus Lola Renz, so, weil die auch, also fünfte Element ist 97 und dann werde ich die wahrscheinlich beide so in einer, in einem Abstand von maximalem Jahr irgendwie wahrscheinlich gesehen haben. Und diese beiden Figuren mir dann noch so, die, die, die starken Frauen mit roten Haaren, die sehen ja auch sehr, durchaus ähnlich aus. Ja, das stimmt. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht, es kam mir gerade irgendwie so, ich weiß auch nicht warum. Das fünfte Element ist ein Jahr davor, ne? Genau, 97 hatten wir ja letztes Jahr als 20-Jähriges. Das wüsste ich gerne, ob Tim Tück war das heutzutage zugeben würde, dass er ein kleines bisschen inspiriert wurde. Also was er auf jeden Fall, er hat sehr viele Inspirationen im Audiokommentar genannt, das geht eben von dieser Splitscreen von Carrie, wenn Manni sich umsinnert, bevor er reingeht. Das Bild im Casino soll Vertigo sein, den habe ich leider nicht mehr ganz so genau auf der Kette, aber dieses große Bild aus Vertigo, diese Rückansicht von der Frau, wenn im Casino diese lange Dings gerade kommt. Vertigo sowieso mit der Kamera im Casino und aus dem Stand 2001 würde ich jetzt sagen, wenn das Tele, also wenn das erste Mal, am Ende der ersten Episode, die rote Tüte wird zum roten Telefon und das Telefon fällt auch noch genau auf die Gabel. Frag ich mich manchmal oder habe ich jetzt neu, als wir den vorgeführt haben, überlegt, auch so ein, zwei Jüngere oder Studenten und gedacht so, wie ist das eigentlich mit Telefonkarten oder so ein rotes Telefon mit so einem Hörer, ist das eigentlich noch völlig normal? Also kennt man das noch oder ist das auch sowas wie, ah ja, sowas gab es mal und warum piept jetzt gerade das beim Telefongespräch zwischen Lola und Manni, so die Telefonkarte ist leer, ist das, also für mich war das eigentlich so selbstverständlich, denke ich nicht drüber nach, aber wissen Sie jetzt so, die nächsten Generationen, die dann kommen, was ist eine Telefonzelle? Ja, ich meine wahrscheinlich Telefonzellen und Telefone selbst, die ahmen wir irgendwie manchmal in anderen Dingen, auch im Digitalen immer noch ganz gut nach, aber eine Telefonkarte ist schon ganz gut aus der Welt verschwunden. Das ist schon lustig, ja, also ich hatte das auch, ich erinnere mich an eine alte Telefonzelle und wenn dann noch die Telefonkarte rausploppt, das ploppt so, ist so, oh Gott, ja richtig, das ist ja wirklich süß. Also wir haben die damals gesammelt, weiß ich, weil mein Vater hier auch, ist es bei euch, habt ihr die mal gesammelt oder? Ich habe die mal von meiner Mutter hier einmal gekriegt, falls ich unterwegs irgendwo bin, dass ich mich melden kann. Damals war es ja noch so, dieses Jahr, wenn er später kommt, wie willst du das sonst kommunizieren? Oh, einen Zettel hochhalten, wird schon jemand sehen. Ja, genau, also es ist ja wirklich ansonsten auffällig, dass das natürlich auch eine handylose Welt ist und die Welt war ja da schon fast nicht mehr handylos, also das ist interessant, das ist komplett weggelassen, der Teil, ja. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, 98 hatte ich schon ein großes, dickes, blaues Alcatel. Eine tragbare Telefonzelle. In dem man auf zwei Zeilen sogar schon SMS schreiben konnte für 39 Cent. Also ich habe mein erstes Handy tatsächlich mit 15 gekriegt, also drei Jahre später. Ja, 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 war daher schon. Das war ja noch diese Klobe, richtig gut, ne? Kommen wir jetzt wieder zurück. Meine Lieblingsstelle ist übrigens, wenn ihr Vater, also wenn sie das erste Mal bei ihrem Vater ist, was ist denn los? Also ich finde das Spiel sowieso total geil, also schon allein, wenn sie denkt, Papa, und dann haben wir halt seinen Blick in die Kamera und dann guckt er ihr so hinterher und schüttelt einfach den Kopf, das finde ich schon geil. Und wenn sie dann sagt, ja Manni, Manni, den kenne ich gar nicht, wer ist das denn? Das ist mein Freund seit über einem Jahr. Also diese Reaktion von ihm, die kommt so, hä, wer ist das denn? Was soll denn das? Das ist mein Lieblingsmoment in dem Film, irgendwie. Ich finde überhaupt auch da die zweite Episode wirklich am allerstärksten, weil Herbert Knopf da wirklich ein ganz großartig differenziertes Spiel am Start hat. Also da geht dem schon eine Menge durch den Kopf, während ihm seine Kuckucksei-Tochter die Waffe an den Kopf hält. Und gerade weil es sozusagen in der ersten Episode alles so brutal ausgesprochen ist und man denkt so, oh Mensch, die Arme Lola und dieser Schweinevater, der kein Vater ist, und die sein wollte und will wahrscheinlich, wie der dann sozusagen, wie das bei ihm so die Rädchen sich so drehen. Also ist auch geil, dass das keinen Dialog gibt da. Also ich denke immer, jetzt sagen die noch was, während der Lars Rudolf da das Geld holt. Dann sind die da, dann schauen die sich nur so an. Und da geht eine ganz schöne Menge ab. Das ist echt cool, also das ist ja sozusagen auch in den letzten beiden Episoden ist das ja auch schön, wo dann plötzlich so der Fokus hingeht. Und da merke ich übrigens, dass mich zwei Sachen dann gerade in der letzten Episode richtig überrascht haben. Also weil es sehr unvermittelt kommt, dass wir zum Beispiel mit dem Herrn Schipper oder dem Fahrradfahrer sozusagen mal eine Runde abbiegen. Da habe ich so irritiert, so ja, okay, ja, alles klar, jetzt kommen wir da beim Penner und so und dann helft mir mal, das habe ich entweder verpasst oder es fehlt wirklich ein kleines Stückchen. Wir sind gerade im Casino gewesen und dann schneidet es um und wir sind dabei, wie Moritz bleibt treu, Manni, dem Penner hinterher rennt. Ja. Wie hat das angefangen? Haben wir diesen Moment gesehen, dass er den realisiert hat? Ich habe das nun gesagt. Er hat das Fahrrad, ne? Okay. Nee, der Morkerle. Also er stand mit der blinden Frau ja dann, das war der Moment sozusagen, wo er sich für die Karte bedankt und dann sagt die Frau, warte mal kurz und macht es so und dann kommt in der Straße der Penner vorbeigefahren und dann macht es bei ihm einen Klick und er so, hey, dann rennt er her. Ach so, lustig, ja, diesen Klick habe ich dann offenbar kurz verpennt. Da war ich wahrscheinlich gerade mit dem metaphysischen Gedanken zwischen der blöden Frau und Moritz bleibt treu. Aber das würde deine Theorie natürlich unterstützen, weil sie genau in dem Moment sagt, warte kurz, halte mal inne sozusagen. Dann kommt eben, die Kamera dreht sich so und der Fahrrad, Fahrrad, und Moritz bleibt treu, dieser Blick, oh, und dann läuft er eben los, ja. Naja, und der Penner wird ja auch schneller. Also auch das durchaus finde ich humorig, wie eben Sebastian Schipper manchmal Fahrrad fährt, wie Joachim Kroll dann in die Pedale tritt, wie Moritz bleibt treu läuft und so. Das ist auch sehr schön. Ich finde es, ohne dass ich jetzt daraus schon direkt was ableite, mal wieder interessant, dass Lola häufig von rechts nach links läuft, was ja für uns quasi, also man kann nicht sagen, sie läuft eben entgegen der Zeit, sie versucht sozusagen die Zeit zurückzudrängen, aber üblich ist ja, wir lesen von links nach rechts und so weiter und so fort und dementsprechend laufen wir eigentlich auch von links nach rechts. Wir haben dann auch heute wieder versucht, so darauf zu achten, wann ist es mal anders, was natürlich ist, sie läuft auf die Kamera zu. Wenn diese, ja, Kranaufnahme gefühlt kommt, wo um die U-Bahn fährt und sie da so quer rüber läuft, da läuft sie von links nach rechts in der Friedrichstraße, wo man sagt auch im Audiokommentar, ja, immer mal gefragt worden hier, was muss sie denn da alles absperren und so. Ja ne, da war halt nichts los und heute ist da eben völlig überfüllt und alles, wissen wir auch. Da läuft sie von links nach rechts quer rüber, aber sonst eben sehr viel in die andere Richtung und dann zum Schluss, wenn sie vor den Laster läuft, also vor dem Casino in der dritten Episode, kommt sie von links nach rechts gelaufen, in dieser Großaufnahme vom Kopf, ja. Na, für Japaner und Araber wird sich das völlig anders anfühlen, das ist doch die logische Blickrichtung. Ja, das stimmt, es ist mir auch aufgefallen und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch den, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, sie läuft auch in der Animationssequenz, wenn sie die Treppe runterläuft, läuft sie auch gegen den Uhrzeigersinn quasi, läuft sie, ja, durch die Zeit zurück, oder? Naja, genau, das wäre ja ein Motiv, das auch so eingeführt ist, das ja gut zu dem passt, was da passiert. Das ist übrigens auch so, dass ich, also ich fand das heute besonders bewegend, so diese Momente, wo das noch nicht klappt so und dann auch wirklich diesen Moment von, nee, nee, das kann so nicht sein, so, ne? Oder wenn man die so, ach, ich bin nicht tot so, also es ist so dieses, okay, und dann kommt bei mir ganz stark, jetzt will ich aber wirklich mal drauf achten, was passiert denn in der dritten Runde, was ist in der dritten Runde anders, also was, also unterscheidet sich, also in was unterscheidet sich das denn, also wie kann das denn beim dritten Mal guter ausgehen, um nicht zu sagen, alles ist gut, aber warum geht das für die diesmal sehr viel besser aus, warum muss diesmal keiner von den beiden sterben, was machen die anders, so, habe ich wirklich so hingeguckt und ich bin jetzt erstmal noch ein bisschen neugierig, ich habe mir da schon so ein paar Thesen zurechtgelegt, es gibt so ein, zwei Momente, die sind schon, also die, die, da könnte man fast vermuten, da war Tom Tück war vielleicht auch was wichtig, so, so empfinde ich das, aber wie ging euch das, was macht, was ist anders in der dritten Runde, warum kann das gut ausgehen, außer dass das schön ist, dass der Film ein Happy End hat, aber. Also ich wollte eigentlich auch einen Gedanken äußern von dem Thema von vor zehn anderen Themen, glaube ich. Das ist egal, das passt zu einem Film. Also bitte, wir drehen einfach wieder zurück und machen noch was. Also ich wollte eigentlich mal kurz bei dir, was du vorhin gesagt hast, hinzufügen mit der zweiten Runde, wo er so stark fandest, dass die sich so anschweigen, das fand ich auch schön, mein Gedanke war dann so, ja, das war ein böser Gedanke, ich sage, okay, das schicke ich mal voraus, ja, ich nehme nicht nur ein zweites Kokoskind an, also das war wahrscheinlich, und da weiß ich es ja eigentlich noch gar nicht, aber er weiß es ja, und weil die andere hat es mir vorher gesagt, war ja auch nicht erbauter drüber, und das war mein Gedanke, wo ich dachte so, okay, ich glaube, die andere hat keine Chance mehr, das Ding ist jetzt gefestigt, das war jetzt der Nagel auf dem Sarg. Und für ihn auch, oder? Er sieht richtig ein bisschen desillusioniert aus. Es bricht ganz schön was weg. Dieser Blick ins Nichts, den hat er drauf. Ja, ich finde, er hat am stärksten gespielt. Und das war die andere Frage, war jetzt mit dem dritten... Ganz kurz noch, also wenn sie sich da gegenüberstehen mit dem Geld holen, und du sagst keinen Dialog, und dann kommt ihr einfach nur, ciao, Papa. Und das reicht, ne? Und mehr ist so. Bitte schön. Dritte Episode. Und die dritte Episode, ich habe die ganze Zeit überlegt, also ich hatte, das muss ich jetzt für mich sortieren, bei der ersten Episode ist sie sozusagen in der mittleren Schiene, sozusagen von der Zeit. In der letzten Episode ist sie schneller. Ich weiß gar nicht, sie ist schneller, oder sie ist langsam? Ne, sie ist schneller. Weil sie ist über den Hund drüber gesprungen, sie ist schneller in der Zeit. Und sie ist ja auch, also sie ist ja schon, sie muss ja letztendlich so schneller sein. Einfach aus dem Grund, weil man kann ja, hat ja die zeitliche Orientierung perfekt an diesem weißen Auto. Zum ersten Rand sie vorbei, und dann wird er sozusagen vorne getroffen beim Auto. Danach wird er sozusagen, rammt er das Auto hinten an, dann ist er schon später. Und beim anderen ist es sozusagen, bevor er so richtig rausgefahren ist. Also ist sie in der dritten Episode am schnellsten. Und dadurch hat er ja keinen Unfall. Ja, ich würde sagen, weil sie so lange auf seiner Motorhaube draufgelegen hat. Ja, aber dadurch war er ja schneller und hat den Papa hinweg genommen. Also letztendlich ist der einzige große Unterschied, dass sie das Gespräch nicht in der Bank gespart hat. Also der erste Unterschied, hast du ja auch gerade gesagt, ist eben, dass sie im Treppenhaus schon, sie knurrt zurück, sie lässt sich von dem Jungen mit dem Rund nicht. Das habe ich noch gar nicht so mitgeschnitten, weil ich, weil vorher war mit dieser Trickfilm-Sequenz, war denn in der allerersten Trickfilm-Sequenz auch schon der Hund und der Junge da? Weil ich ihm das zweite Mal dachte, wo kommt der jetzt auch mal her? Also das war so, war der da schon da? Du musst jetzt ja wieder fragen. Also in der zweiten stellt er auf jeden Fall das Bein. Ja, in der zweiten stellt er das Bein. In der dritten Ball ballt sie zurück. Und in der ersten? Ich glaube in der ersten Knoten einfach. Ja, also es ist so, dass ich beim zweiten Mal denke, passiert jetzt gerade das gleiche wie beim ersten Mal? Fragezeichen. Also ich bin mir da nicht sicher, aber so, dass ich beim dritten Mal dann denke, und was ist jetzt ein drittes Mal das gleiche? Ah nein, jetzt springt sie so. Also ich kenne den Unterschied nicht von eins und zwei. Beim zweiten stolpert sie, er stellt ihr das Bein, sie fliegt hin und dann fängt sie so an zu hinken. Also in der zweiten ist sie am langsamsten. Also in der zweiten ist sie am langsamsten. Ja, 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 alles klar. Also ich habe das für mich so abgespeichert, dass das erste ist die mittlere Schiene, das zweite ist die langsamste und das dritte ist die schnellste. Ja, wobei das, also diesem schnell würde ich in der Hinsicht eben widersprechen, spätestens wenn sie dann auf dem Auto liegt, auf der Motorhaube. Also sie muss ja quasi deswegen langsamer sein, weil sie vorher an dem Auto immer vorbeigelaufen ist. Und jetzt ist sie eben nicht so schnell und landet auf der Motorhaube und kommt deswegen auch zu spät, um ihren Vater noch zu erwischen. Ja, das letzte Mal ist er aber schon rausgefahren, jetzt ist er ja nicht ganz rausgefahren, deswegen ist sie ja sozusagen rauf. Also weißt du, was ich meine? Nee, er war ja schon so weit raus, dass sie überhaupt raufgeflogen ist. Ja, aber das letzte Mal war sie ja... Also es ist wirklich lustig so. Aber ich finde die grundsätzliche Eilteilung... Der Punkt an der Sache ist, dass sie verliert ja ganz viel Zeit, indem sie mit ihm kurz dieses Gespräch führt, in diesem Moment. Und wenn sie irgendwie schon runterkrabbelt, da fahren ja erst die anderen vorbei. Genau, also es haut definitiv nicht über so eine einfache Logik hin. Dafür gibt es sozusagen lauter schöne Ungereimtheiten. Denn der, zum Beispiel der Krankenwagen ist immer exakt an der gleichen Stelle, nur halt, da reicht ja schon ein Millimeter mehr oder weniger, ob das Glas bricht oder nicht. Aber wenn sie um die Ecke kommt, ist der Wagen dann auch immer da. Also ich habe so das Gefühl, da ist eine gewisse Flüssigkeit in der Zeit, die sich... Also es gibt Sachen, wo ich dir zustimmen würde. Genau, da sieht es aus. Da denke ich auch, oh ja, schneller, schneller, schneller. Also das geht mir zum Beispiel wirklich in der zweiten Episode, wo ich denke, genau, döller, döller, intensiver, flotter, was auch immer so. Und dann ist das, ich glaube, das macht es dann auch so berühren. Das reicht trotzdem nicht. Oder darum ging es vielleicht auch nicht. Deswegen, also so war mein Gefühl. So, warum geht es denn eigentlich? Was müsste denn anders sein? Also gerade wenn das so, es ist ja auch, also das ist ja auch wirklich viel tragisch-dramatisches drumherum. Also gerade durch auch dieses Anreißen der Menschengeschichten, das ist manchmal lustig, aber ganz schön oft auch tragisch, was da wieder die Lebensgeschichten weitergehen. Ungeschont, ja. Eindeutig. Und ich, also jetzt beim dritten Mal dachte ich dann so, okay, was ist so in den Details anders? Da beginnt es für mich, dass es ein bisschen mehr in den Kontakt gehen. Also Lola biegt ab bei den Nonnen und es gibt eine etwas größere Nähe zu diesem Fahrradfahrer, den sie sonst eher so wegignoriert, so. Was da irgendwie was anderes in Bewegung setzt. Und dieser Austausch mit diesem Kollegen von dem Papa so ist auch so. Also da ist ein Kontakt da, ne? Also genau, und dann sozusagen Höhepunkt von diesem in den Kontakt gehen ist, in diesen Krankenwagen hineinsteigen. Wir sehen erstmalig, wer liegt denn da drinnen? Und dann ist es ja wirklich fast sozusagen die größte Superheldenfähigkeit ist dann plötzlich offenbar nicht mehr so laut schreien, dass sich bitte möglichst die Welt einmal verändert, so. Sondern, also in Kontakt bleiben und sein, so. Also zum Beispiel vielleicht auch das, was ja völlig undenkbar ist zwischen dem Stiefvater und ihr. Das ist ja ein Ding und das ist schon lange gehalten. Also dieser Blick von Armin Rode, der da guckt, diese Nahaufnahme von diesen Händen, dachte ich so, ach schön. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht. Also weil ich so auf der Suche war, dachte ich, da habe ich doch mein Bild so, ne? Ich muss auch sagen, das war für mich persönlich die schönste Szene, als du es schon angesprochen hast. Ich fand den Krankenwagen schön. Auch sozusagen, wie er sich beruhigt mit dem Herzinfarkt oder was hat er denn da gehabt? Ein Herzinfarkt oder irgendeine Anfrage? Das ist ja gar nicht der Punkt, aber auf jeden Fall, wie er sich beruhigt, diese Seligkeit eintritt. Und wie er erleichtert und dieses komische und erleichterende Spiel von der Sanität ja noch dazu. Das kommt ja noch dazu. Ja, gut. Oh Gott, jetzt endlich, alles was ich mache, nichts funktioniert und auf einmal, oh Gott sei Dank. So und auch diese Erleichterung. Also ich fand das insgesamt konzentriert schön. Ja, also natürlich völlig abwegig und in der Realität voll daneben. Wenn jemand bei Bewusstsein ist, macht man keine Herzmassage. Naja, das könnte doch sein, dass das wieder diese Idee von doll und intensiv und ich will dir doch helfen und ich höre. Und vielleicht macht der gerade die Herzrhythmusstörung statt, alles andere so. Also das ist total schön, dass das so unaufdringlich ist und mir so noch nie gekommen ist. Aber man könnte sozusagen an der Betonung durch da, also wenn mal in diesem Film mal was in Ruhe ist und mal ein Bild länger steht, könnte man ja vermuten, dass es den Machern gerade ein bisschen wichtig so. Ja, und das fand ich übrigens lustig mit der Krankenwagen sehen, weil du mich ja auch gefragt hast, das ist doch Armin Rode. Ja, aber ich bin da von meinem Unterbewusstsein ausgegangen. Entweder ist es der im weißen Auto oder es ist der Papa, weil wir den Unfall gesehen haben. So und das war eigentlich, ich habe mich gedacht, okay, einer von denen wird es jetzt sein. Und da habe ich auch gedacht, wieso liegt denn der Zweite drin? Dann habe ich so gedacht, wer ist denn das? Wer ist denn das? Und dann diese Augen und Armin Rode hat ja sehr sensible Augen und ich so, krass, ja wie kommt der denn jetzt da rein? Was hat der jetzt gemacht? Und das hat er eben auch im Audiokommentar gesagt, dass er immer mal wieder Zuschauer mitgekriegt hat, die Armin Rode nicht erkannt haben. Also wie die das dann quasi dinkst du es. Das Ding ist, ich denke in der zweiten Episode, was passiert ihm gleich? Also ich dachte sogar, als Armin Rode sich ranschleicht und dieser intensive Blick, du wirst das doch nicht tun so. Dass ich dann so denke, oh jetzt kriegt er bestimmt gleich einen Herzinfarkt. Also ich bin dann kurz in irgendeinem anderen Füller, in dem eine Bank überfallen wird und irgendein Wachmann, ich glaube das ist auch Doc de Afernul oder so, da gibt es so ganz ähnlichen Moment so und dann gibt es halt, kriegt der Wachmann den Herzinfarkt. Also irgendwie liegt das kurz so in der Luft, so muss ich mich fast, aber wenn es im Audiokommentar nicht gesagt wird, ich hätte fast gedacht, vielleicht haben die das sogar mal so gedreht. Das sehe ich auch immer, als ob da eben diese eine Zwischenszene fehlen würde, wie er eben zusammenbricht oder so. Also wir haben diesen Blick vor der Bank, wie Lola eben nochmal so an und man hört den Herzschlag auf einmal so nochmal, aber. Also selbst mit dem, ich habe ihn vor vielleicht fünf Wochen gesehen, also hättet ihr mich jetzt vorher gefragt, wer liegt im Krankenwagen, hätte ich es nicht gewusst so. Also bin also auch überrascht, sehe den da, aber diesmal bin ich nicht überrascht im Sinne von, ja das kann ich mir vorstellen. So wie der so bemüht, also in was für Schwierigkeiten der gekommen ist, als Lola da mit Waffe rumgelaufen ist, also so wie bei dem Papa, weißt du, also die Leute sind ja, das wird ja quasi die ganze Zeit angedeutet, die Leute sind mittendrin in ihrem Leben und da sind viele aufregende Dinge. Und wenn dann plötzlich so eine Rothaarige vorbei heizt, wird das nochmal ganz kurz aufgewühlt, so wird kurz sichtbar irgendwie. Ich meine, das wäre jetzt so die Theorie, dass man das quasi den Lauf der Dinge ändern kann. Und in der dritten Episode kriegen wir aber auch die Sachen mit, die sich eben nicht ändern lassen, wie eben der Zusammenstoß Ludger Pistor mit diesem weißen Auto. Und auch da die Frage, den Motorradfahrer, da hatte ich auch nie, nicht so intensiv drüber nachgedacht, aber dann eben beim Audio-Kommentar hören, der Motorradfahrer ist, habt ihr verknüpft mit einer Figur im Film? Ich habe versucht, ich habe es aber nicht hingekriegt. Ich habe es auch versucht, ich habe es auch nicht hingekriegt. Es ist der, der am Anfang das Moped geklaut hat, weswegen sie zu spät kam. Ach Gott, ja. Aber seine Aufnahme, aber das habe ich auch nicht gesehen. Genau, aber er hat eben beim Klauen keinen Helm auf und da hat er einen Helm aufgewegen, habe ich dann auch gedacht, ja krass, in der Rückblende ist er schwarz-weiß, du hast zwar diesen weißen Anzug und dann das, aber... Genau, hätten sie, wer die Einstellung schwarz-weiß vielleicht noch gewesen ist, aber ich merke auch so, krass, jetzt kriegt er so eine Nahaufnahme, also oder so ein Porträt und denkst du, wer ist das? Also ich finde, die Einstellungsgröße hat mich angesprochen mit, na du weißt doch, wer das ist und ich guckst so hin, nö. Ja, danke dir. Hier, Kette. Ach ja, das ist... Also ja, also ich, also das hat jetzt gerade auch wirklich viel Freude gemacht, dass das sozusagen der philosophische Überbau, der ist einfach so da, also wenn man will, kann man sich da voll auf den stürzen, kannst du aber auch einfach... Alles andere ist Theorie. Ach ja, Actionfilm, ja genau. Alles andere läuft. Spiel nur 90 Minuten, zack. Und also was, ich glaube, warum mir, also ich mag den Film sehr oder hat mich sehr unterhalten und ich glaube, es kommt eben so rein, diese Jugenderinnerung vielleicht, auch diese Musik, kann man vielleicht auch mal sagen, Tom Tücker hat hier nicht nur Drehbuch und Regie, sondern eben auch die Musik gemacht. Ein kleiner John Carpenter. Zusammen mit anderen macht er das ja tatsächlich auch immer wieder. Und diese treibenden Beats, dieses Technomäßige, das ist etwas, was mich in meiner Jugend auch stark begleitet hat und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch so mit einer Initialzündung oder dass es gerade da in diese Phase mit reingeflossen ist und wie gesagt auch, dass man gefühlt ja viele andere Filme wiedererkennt, also dass hier wohl jemand am Werk ist, also das ist nicht, so habe ich es damals nicht gesehen, aber jetzt gerade auch dann jemand am Werk ist, der selber auch eben Filme mag und die eben auch hier dieses Zitat oder das nehme ich mir und das baue ich irgendwie so rum ein und mache daraus meinen Film. Und natürlich dieses absurde Tempo und allgemein diese ganze alles so, hier ist ein Topf, wir schmeißen alles rein und irgendwie funktioniert das eben. Also der Zoom auf Moritz Bleibtreuer am Anfang in der Telefonzelle, diese Zwischenschnitte, wenn der Polizist geschossen hat, also die Kamera fährt ran und dann ist in dieser Fahrt noch zweimal glaube ich ein Schnitt, wie er schneller größer wird und sowas, wo du heute wahrscheinlich sagen würdest, so macht man das nicht oder so, vielleicht auch damals schon gesagt hat, so macht man das nicht. Und wir haben Normalfarben, wir haben Rückblick in Schwarz-Weiß, wir haben Szenen, wo weder Manni noch Lola dabei sind in dieser digital billig alten Videokamera. Wir haben einen fantastischen Film, weil eben die Leute nicht sterben oder manche Leute können nicht sterben, manche müssen trotzdem ihren Unfall haben. Und das funktioniert für mich einfach alles. Und die Schnitte, wenn sie hier dann dran denken, wer, 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 wo auch völlig klar ist, sie hat die Haare anders, sie hat die Hände anders, das kann nicht alles der gleiche Nachdenkmoment sein. Und dann kommt man diese, so wie eben bei Fight Club, der die reingeschmuggelten Einzelbilder sind und auch hier diese zack, 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 diese hohe Schindfrequenz, wo du immer wirklich nur einmal ganz kurz so ein Gesicht siehst und die Namen hörst und ja, dann ist es schon wieder vorbei. Diese Fotografien, wenn man dann eben abbiegt bei den Nebenrollen, funktioniert für mich halt. Ich finde die, was wäre, wenn, mag ich dich allgemein sehr schön, ich mag die generell bei Filmen, deswegen mag ich ja Sliding, du hast auch so gerne. Das heißt ja auch immer, egal wie du es drehst, es gibt es nicht immer alles gut. Also wenn, ich sag jetzt mal, jetzt hat sie jetzt zum Beispiel das Ende des Geldes, jetzt haben sie das Geld, es hat geklappt mit ihm. Ich meine, der Typ wird auch noch feststellen, dass da ein paar Euro fehlen, also von daher. D-Mark. Naja, ein paar D-Mark fehlen, wer weiß auch am Ende, ob das auf lange Sicht auch gut ist. Ähm, äh, aber bei manchen Sachen hab ich so gedacht, ist das jetzt im Film begründet oder wo kommt das jetzt her? Also zum Beispiel, dass sie jetzt, wenn sie im Casino mal auf die 20 setzt, wie kommt sie auf die 20? Hat das eine bestimmte Bedeutung? Hat das irgendwie, kam diese 20 schon mal vor? Dass sie seitdem, ich hab schon überlegt, ich krieg das aber nicht mehr zusammen. Ja, das ist ja eine Einblende sozusagen, seitdem sie, seit wann sie mit Manni zusammen ist. Das hängt ja im Kühlschrank, im Datum. War da eine 20? Also wo kommt diese 20 her? Da steht 13.07.97 und das andere bei Armin Rohde im Krankenwagen ist 23.05.98 und die 20 hab ich nirgendwo gesehen. Ich hab aber mal überlegt, wie alt soll sie eigentlich sein, weil sie ja offensichtlich noch zu Hause wohnt, aber, naja, sie scheint, ich brauch Geld, ja geh arbeiten. Also sie scheint auch nicht mehr zur Schule zu gehen und ich hab nochmal kurz überlegt, ist er eigentlich alt genug, um ihr Vater zu sein? Nein, aber das ist nochmal eine Ansage. Aber genau, die 20 hab ich nirgendwo vorher gesehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Mutter war wahrscheinlich 16, als sie sie bekommen hat. Äh, ich hab so, äh, ich hab so, äh, 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 schon mal vergessen, die Gedanken, die ich sagen wollte. Dann sag ich noch, ich bin's beim Casino, wenn die zweite Runde gespielt wird, ist lustig, dass, äh, natürlich die Kugel fällt wieder auf die 20, aber vor allem, kein anderer hat mehr gesetzt gehabt. Das ist nur ihr Einsatz auf dem Tisch. Ja, wie ist denn das? Also sie hat ja nach, das wird doch suggeriert, dass sie am Ende auch die 100.000 hat. Genau. Aber sie musste auch nach dieser Runde den Lahn verlassen, das funktioniert doch gar nicht, dass sie die 100.000 da gekriegt hat. Wieso? Also 100, warte mal, sie hatte 100 gesetzt und hat dann 3.500 bekommen. 3.500 mal 3.500, äh, Quadratzahlenrechnung, 35 zum Quadrat sind, äh, 900, ja, pfff, es sind rund 100.000, glaube ich. Pfff, keine Ahnung. Aber es ist das Geld, mit dem sie, Manni, zumindest anteilig ausgeholfen hätte dann. Ja, ich hab da, als ich so reingegang, auch gedacht, ob die jetzt wohl weiß, worauf man, also anders, ob ich wohl wissen würde, worauf ich setzen muss, damit ich jetzt aus diesen 100 Mark, 100.000 Mark mache. Ja, ich hab ganz naiv gedacht, na gut, dann setzt sie jetzt auf Rot. Das war so mein Gedanke. Ja, ja. Der Kopier ist übrigens echt, also der ist kein Schauspieler. Ja, ich muss sagen, er hätte aber auch ein Schauspielfach wechseln können, ich fand seine Mimik unglaublich toll. Der nimmt das sehr ernst, was er macht, der könnte dann halt nur gut Kopier spielen. Also das hat die Katerin dann eben auch gesagt, äh, im Audiokommentar, sie meinte, hier, jetzt zum Beispiel, jetzt guckt er nochmal hin zu ihr und es wäre jetzt total einfach gewesen, nochmal den Reaction-Shot zu bringen, also sie nochmal zeigen, aber das wird eben nicht gemacht, ne, sondern bleiben drauf oder wird halt anders aufgelöst oder weitergeführt, die Szene, sowas zum Beispiel. Und ich finde es eigentlich interessant, dass dieser, äh, Kruppier ja auch relativ am Anfang einmal als Animation auftaucht, ne? Ja, ich erkenne ihn sogar wieder. Rien ne va plus, zack. Ja. Also auch da wieder so dieser, dieser Bogen eben sich schließt. Aber sag mal, äh, weiß sie denn das, also sie hat ja, sie brüllt ja gerne und setzt es ja so als Waffe ein, aber sie wusste ja nicht, dass sie jetzt mit 20, also dass sie auf die 20 brüllen kann oder was, was war denn das für ein, war das eine Panikentladung oder was war denn das? Komm schon, Schicksal, hier, ich ruf mal kurz, Gott, ich ruf mal kurz an bei dir. Also ich glaube, das passiert nicht jeden Tag im Casino, aber das war echt so, wo ich dachte, uh, wo kommt das denn jetzt her? Dann kann ich mal mit ihm sprechen, einspielen noch. Und der Typ sieht so dermaßen nach Daniel Craig aus, der eine, äh, Aufpasser da ist, unglaublich. Ja. Vielleicht sein Vater. Sein Kuckuckskind. Ja, genau. Na, ich hab, also ich nochmal grad, also gerade weil es ja da Dinge gibt, die natürlich, äh, also dem, also, also über, über den Realismus stehen, die ins, ins, ins Märchenhafte gehen. Ähm, ich find ja, dass die, diese beiden Sequenzen, wo die da im, im Rotlicht so beieinander im Bett liegen, das, das, das könnte jetzt wirklich aus so einem Beziehungsdrama sein, so ganz, ganz realistisch gespielt, richtig schön, also wirklich auch toll, wie die so miteinander interagieren. Also, ich finde die beiden niemals so überzeugend als Schauspieler, wie in diesen beiden Momenten. Und dann hat das, also, beim zweiten Mal dachte ich so, es ist jetzt auch ein bisschen so wie, das ist eigentlich, das ist die Realität und die Gegenwart und alles andere ist so, ist so quasi, wenn man sich jetzt das ausmalen würde, was man sich manchmal so im Bett kurz mal so philosophisch überlegt hat, so, ne. Also, was, was wäre die Geschichte so dazu? Also, mir hilft das total, das erdet das total schön. Also, ich, also, dank dieser beiden Szenen bleibt, also kann ich sozusagen, muss ich, muss ich nicht irgendwo hängen bleiben an, hä, das ist aber jetzt doll übertrieben oder so. Also, ist alles total übertrieben, aber es gibt so eine schöne Erdung, die ist da so, ne. Also, zum Beispiel, also, dass ihnen wirklich auch da was ist zwischen Manni und Lola. Also, ganz am Anfang ist das schon noch ein bisschen schwer. Also, da müssen die ganz schön rudern so und verzweifelt in die Kamera reinblöken, wenn die bei Telefon verbunden ein, ein leidenschaftliches Paar sein soll, das sich jetzt gegenseitig unterstützt. Also, so richtig klicken tut das bei mir ab dem ersten Moment, wenn, äh, sie erschossen worden ist und, äh, sie liegt da so und dann sind wir mit den beiden. Und dann denkst du so, ach, Mensch, ja, ist ja wirklich tragisch so, ne. Das kann doch so nicht bleiben. Ja, also, ich meine, in dem Moment ist ja auch der Vergleich sozusagen gewünscht mit dieser Frage, liebst du mich? Da hast du ja vor dem Papa und, äh, seine Affäre aus dem Vorstand und dann die beiden. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hab, äh, das Gefühl gehabt beim Papa, dass der da gezögert hat und dachte so, na, an sich eigentlich nicht so. Das ist eher so ein Spaßding, wenn denn er sozusagen eine Freikarte, um da rauszukommen aus der Holle, die er täglich hat, so. Also, und bei den beiden hab ich gleich gedacht, ja doch, die lieben sich. Also, das war für mich, das war für mich, das war für mich gar nicht außer Frage, das war so. Und beim Papa hab ich so gedacht, hm, deswegen war ich auch so überrascht. Und in der zweiten Episode, dass er dann gleich gesagt hat, okay, na gut, denn ich, ich, ich geh jetzt und, ich verlasse euch jetzt und du, 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 oder, äh, wo ich denn das so echt? Natürlich helfe ich dir natürlich. Ähm, ich habe das Gefühl, beide zögern zum nächsten Moment bei der Beantwortung und beim Vater hab ich auch so diesen Gedanken, also ich weiß nicht, ob es nur auch Spaß macht, äh, für mich ist schon so ein bisschen, er will irgendwie gerne weg von dem, von der Familie, die er bisher hat. Aber er ist auch nicht ganz sicher, ob das, äh, wirklich richtig ist, äh, trotzdem, äh, sozusagen, äh, in Anführungszeichen, die Affäre öffentlich zu machen, sich scheiden zu lassen, weil es weiß ich, was da eben dann mit dranhängt. Ähm, ähm, und bei Manni ist es eher so dieses, äh, wo, wo, wo sind wir jetzt gerade abgebogen, warum reden wir darüber, ist doch völlig selbstverständlich. Jetzt kommen wir nicht mit solchen tiefen Fragen, ich merke, du stellst gerade blöde Fragen, wie er dann auch sagt, so. Das ist so schönes Gleichgewicht, dass er dann in der zweiten Sequenz exakt selber so schwierigen existenziellen Fragen stellt. Manchmal beschäftigt einen das eben, um, versucht so ein bisschen Sicherheit zurückzugewinnen, ne? Es ist auch, ich finde eigentlich auch diese Abfolge schön, ne, wie, wenn, wenn Lola eben eben ausfragt, zunächst, ich weiß das, dann ich glaube das, und dann ist es ein Gefühl, also, es sind ja alles drei, ja, Voneinander unabhängige Sachen, ne, also, das Wissen ist eben so, quasi Faktenwissen, wir können das beweisen, oder? Für sich allein ist das nicht, oder? Das, das, das Glauben ist halt so, es gibt eine höhere Macht vielleicht, oder so, oder, ne, wie auch immer man dann da, monotheistisch, bla, 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 und dann Gefühl ist eben so, ja, Empfindung. So kann man das auch nicht auf die drei Situationen übertragen, dass sie im ersten dann glaubt, ihr Vater hilft ihr definitiv, und im zweiten hofft sie dann, dass ihr Vater ihr hilft, und im dritten ist es dann halt so, ne, ja, die Person lässt sich auf ihr Bauchgefühl aufs Glück? Ja, also, das ist auch, ich finde sozusagen, das habe ich auch gedacht bei diesem Casino-Moment, also kurz bevor sie es denn so, das ist auch, also, ne, so ein Thema, was ist denn eigentlich anders beim dritten Mal, ne, also, wenn das das eine ist, dieses in den Kontakt gehen, und dann wahrscheinlich auch dieses so Kontakt zu sich selbst im Sinne von, okay, ich bin auf dem Weg, ich bleibe jetzt nicht stehen, ich verkrieche mich nicht, ich bin auf dem Weg, ich laufe, und es rattert, mal gucken, was mir kommt, so, also, bloß nicht stehen bleiben, ich möchte in Bewegung bleiben, und, huch, dabei hättest du mich jetzt gleich vom LKW umschauen, so, umgucken, hat das vielleicht einen Grund, dass mich das gerade angehalten hat, ja, Casino, zack, so, also, das steckt da auch drin, ja, wirklich total, also, hat mir wirklich Spaß gemacht, also, das ist so eine, ähm, das ist wie so ein kleines Füllhorn von den, den menschlichen Fähigkeiten, die wir ja so haben, so, ne, also, es hat sozusagen zwei Ehrenrunden gebraucht, und... Na gut, vielleicht ist es auch wirklich so, dass der dritte Teil ist einfach erfolgreich, aber weil sie sich nicht auf jemand anderen verlässt, sondern auf sich selbst, also... Na, das stimmt ja auch nicht ganz, weil sonst bräuchte sie das in den Kontakt gehen nicht machen, wenn du dich auf dich ganz alleine verlässt, dann gehst du nicht mit anderen Leuten in Kontakt, also, irgendwie ist es dieses beides, weißt du, also, auch dieses, wenn du auf dich selber zählst, dann guckst du nicht, ob du noch, ob du auf diesen Wagen, irgendwie auf den Krankenwagen einsteigst, oder so, es ist ja so ein, das hat sie schon zweimal gedacht, dass sie da mitfahren könnte, und beim dritten Mal, ich geh da jetzt einfach rein, so, ne, also, nur weil der das jetzt grad nicht ja sagen kann, ich probier mal, wenn ich noch einen Schritt mehr drauf zugehe, also, so würde ich mir das jetzt, ich übersetze mir das natürlich jetzt auch alles in das Bild, das ich da gesucht hab, also, aber irgendwie... Aber, also, du meinst jetzt, in der dritten Episode verlässt sie sich auf sich selbst, oder wie war das? Ja, genau. Also, das würde ich zum Beispiel auch mit dem vertrauen, ist vielleicht... Also, ich finde, im ersten Mal ist sie so, ich bin, ich finde, im ersten Mal ist sie absolut sicher, dass ihr Vater ihr helfen wird, weil er die einzige Option ist, die sie da hat, und dann wird sie ja ganz derbe enttäuscht, ich finde das ja auch ganz fies, das Ende, das ist noch eine zweite Episode, da rennt sie hin, aber sie wirkt mich nicht mehr so selbstsicher, und ist sich nicht sicher, deswegen, weil sie vielleicht ja jetzt für sich erkannt hat, spätestens als sie die Tür aufmacht, dass er ihr nicht helfen wird, weil er so eingestellt ist, deswegen hat sie auch nichts mehr zu verlieren und haut sie halt ihm die Waffe in den Kopf, weil sozusagen ihre Loyalität ist gebrochen, die ist ja schon in den Episoden vorgebrochen. Ja, ist ja so. Ja, er hat sich ja Mühe gegeben, auch zu sagen, alles, was du je gedacht hast, was uns verbindet, verbindet es uns gar nicht. Ja, vielleicht ist das im Unterbruchsteil ja mit drin und im dritten Teil ist das dann halt so... Erreicht es ihm gar nicht mehr. Ach, scheiße, Papa, das habe ich jetzt verpasst, okay, jetzt muss ich überlegen, was mache ich jetzt, mache ich, was mache ich jetzt, und dann machst du dir halt Bauchgefühl, dann geht sie auf die Casino, das ist halt ein Glücksspiel, es ist ein Bauchgefühl, und es ist halt auch, um sie keine Rankenwagen einzufragen, es ist ein Bauchgefühl, es ist ein Gefühl, es ist keine rationale Handlung, das zu machen, das macht sie einfach. Und bei Manni ist es ja auch so, bei Manni ist es im ersten Teil, er wartet und denkt so, ich habe nur eine Notoption, jetzt warte ich auf Lola, wenn Lola nicht richtig ist, dann muss ich jetzt Mist bauen. Und zwar im zweiten Teil, aber wie stirbt man denn im zweiten Teil? Kann ich, nee, da stirbt sie, kann ich... Renn vom LKW, da hat er sozusagen, hat er genau den gleichen idiotischen Plan... Der Krankenwagen überfertigt. Genau, genau, hat den gleichen idiotischen Plan, aber hat sie auf Lola verlassen, da hat sie auch wieder das Geld. Und im dritten ist es halt so, er vergibt nicht locker, bis er den Penner eingeholt hat, sich das Geld wieder geholt hat, einfach weil er gesagt hat, er muss es jetzt machen, und hat dann sozusagen, damit es kein Konflikt aufkommt, und ich frage, er gibt ihm die Waffe, was ich ziemlich dumm fand, weil ich dachte, wenn er clever pfiffig ist, macht er jetzt hier, gibt das Geld wieder. Also, schön, dass er es nicht gemacht hat. Ich habe in dem Moment auch gedacht, na, wenn er jetzt wegrennt, ob er einen Schuss nach hinten reinkriegt oder irgendwas, weil in sich, also wenn er die Waffe schon gibt, dann entlädt man ihn auch wenigstens. Aber gut, man ist ja in einer Paniksituation. Und das ist halt dann auch ein Bauchgefühl, also, dass die beiden, dass sie sozusagen wirklich nach dem Gefühl, nach diesem Selbsterhaltungstrieb dann einfach versuchen, alles auszulotzen, was gerade ist. Das ist schon sehr geil, ihn in Aktivität zu sehen, nicht so sehr im Sinne von, ja, ich versuche jetzt Leute anzurufen und zu gucken, ob einer zufällig 100.000 hat, was sich wirklich total bekloppt anfühlt. 500, ah, okay. Ja, das ist reichlich krass. Also, deswegen war ich auch so irritiert, dass ich diesen Moment verpasst hatte, dass er, wann er denn losgelaufen ist. Ich dachte, da kann doch der Film nicht drüber hinweggehen, dass der Manni, der die ganze Zeit denkt, ich kann hier nur den Supermarkt überfallen, ausgerechnet, um mal eben 100.000 zu kriegen. Die machen 200.000 pro Tag, jetzt ist Mittag, dann ist die Hälfte da. Das ist halt schön, dass die Tanzfilms, ja. Das sieht Manni aus, dass er das glaubt hat. Nee, genau, das ist auf jeden Fall cool, dass er denkt, also, vielleicht geht da ja noch was, sich das, den Beutel wieder zurückzuholen. Und die Waffe irritiert mich wirklich total, also, dass er die gibt, so, ne? Also, das meine ich so, wenn ich sage... Das ist der Blick dabei aus... Ja, ja, genau. Mach jetzt keinen Scheiß. Das finde ich cool, genau, dass er das spielt. Das ist total das Schwachste, was ich gerade mache und mache jetzt keinen Mist. Ich verstehe das wirklich nicht und denke so, ja, aber okay, muss der Film mir ja jetzt nicht alles verständlich machen. Ich kann nur hoffen, dass es keine registrierte Waffe war, weil sonst war es jetzt kein Happy End. Naja, also, weil es auch interessant ist, ich erwarte total, dass jetzt wieder Fotos kommen, aber die kommen dann gar nicht, ne? Also, ich denke, jetzt sehe ich, wie es mit der Geschichte mit ihm weitergeht. Hat das, hält das irgendwann an, es gibt schon auch in der dritten Episode ja noch, ne? Zum Beispiel die Frau mit dem Kinderwagen, da sehen wir insgesamt ja drei Varianten, so, ne? Bei der letzten gibt es... Genau, bei einmal Kind klauen, einmal Kirche, oder ich glaube, es ist in der Kirche das dritte, und einmal der Lotto gewinnen. Stimmt, der Lotto gewinnen ist das zweite und die, die, das Aufwachen, Zeitschriftchen verteilen, das ist das dritte. Ja, Zeug Jehovas, das ist nicht Kirche, Zeug Jehovas. Ja, wahrscheinlich, ne? Das wäre dann auch wieder eine... Die sich als Kirche verstehen, wenn man da widerspricht. Also, da wäre auch... Ja. Auch da wieder einmal, einmal Glücksspiel, einmal Glaube, und ja gut, das mit dem Baby klauen, oder dem Baby verlieren, kann ich jetzt nicht zuordnen. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz sagen, zu dem Thema mit dem Vater, und zu ihm vertrauen, was du gesagt hast, Carly, nur ergänzen, quasi so schnell drüber erkenntnis, in der dritten Episode, da erreicht sie ihn ja gar nicht mehr, ne? Da ist dieser Kontakt dann schon komplett weg. Das ist doch ihr Glück. Und dann auch dieser Bogen wird ja dann sehr schön geschlossen zum Thema Kinder, wenn dann eben Ludger Pistor kurz vor dem Unfall sagt, ja, ich habe dann für mich beschlossen, also Kinder, nee, ich habe so viel Arbeit, da haben die auch nichts von mir, so. Also, wie auch da dieses nochmal so aufgegriffen wird, während er eigentlich gerade noch gesagt hat, ja, ich will mit dir zusammenleben, und das Kind nehmen wir, und sie dann noch da steht, ja, ich wollte eigentlich noch sagen, dass es nicht von dir ist, aber egal, du bist gerade so gut drauf, wie er dann auch so rausgeht, ah, Mahlzeit, äh, schönen Tag. Würdet ihr eigentlich sagen, die drei sind tot? Nö. Also, es war ein schwerer Unfall, es war ein Unfall, aber er zuckelt noch mit dem Auge und so, also. Ja, ich hatte so ein Gefühl von, die nehmen jetzt keinen Einfluss mehr auf die Gegenwart von Manni und Lola, das ist so mein Gefühl. Diese, diese Entscheidung, diese Lebensentscheidung, die er getroffen hat, äh, für die andere Frau, mit ihr zusammenleben zu wollen, führt zum Frontalzusammenstoß in seinem Leben. Naja, an sich, für ihn ist ja Pech, ne, da kommt ja die gleiche Situation, die er vorhat. Ja, ne, also ich meine jetzt, Lolas Vater, ne, Ludger Pistol, sowieso, klar, das ist natürlich, diese Ironie nochmal, dass er denen nicht entkommen kann, diese drei Typen. Genau, und in der dritten Episode denkt er ja auch, weiß er ja auch noch nicht, ne, was noch, was er noch erfahren wird, dass, äh, die Frau ein weiteres Mal schwanger ist, aber nicht von ihm. Ja, genau, aber er entscheidet sich ja für sie, oder er verlässt sie mit dem, äh, ja, wir, wir ziehen zusammen sozusagen, oder ich komm zu dir, und diese Entscheidung führt ihn. Der bescheißt sich offenbar schon einen sehr großen Teil sein des Lebens, so, und wird auch weiterhin darüber stolpern, so, ja. Auch die nächste Tochter wird ihm eines Tages halt klarer den Kopf halten, um ihn nochmal einmal auf, aufzuwecken. Auch der Moment ist ja total stark, ne, wenn er, Lola, äh, ne, ne, äh, Backpfeife, ne, na, wenn er sie schlägt. Ja. Das ist auch nochmal so richtig, also natürlich auch auf der Tonebene so unterlegt, aber der ist schon, der sitzt, dieser Moment, also das ist schon sehr heftig, neben all diesen Heftigkeiten, die sich da erfahren und erleben muss. Habe auch gedacht, als sie das Büro da zerlegt, na, das haben sie wahrscheinlich am letzten Drehtag gemacht, weil das nochmal herrichten, die ganzen Gemälde und so, äh, das war auch sehr beeindruckend, das hat mich mitgenommen in dem Moment, so wie ihr bei dem Schuss zusammengezuckt seid. Ich finde das auch interessant, dass, ähm, wenn man denkt, na gut, jetzt hat sie eine Mutti, die als Hausfrau ist und sich gern betrinkt und in ihrer Astronogierunde da rumhängt, dann hat sie einen Vater, der wirklich, der zwar nie da ist, aber ganz viel Geld nach Hause bringt, sie wohnt ja auch in einer guten Gegend, sieht man ja alles, von Wohnung bis zum Hausaußenbau und dann ist sie so eine kleine Rebellin, mit ihren Tattoos, sozusagen hier ist ein Technolog, die roten Haare, das ist ja eigentlich auch ein Typisch, ne? Ein Schlüsselanhänger als Kette, das finde ich übrigens großartig, ja? Aber den hat sie auch nur in diesen roten Szenen, ne? Ja, ne? Sonst nicht, aber... Das ist halt cool mit diesem Haken, der sich... Äh, sie ist angekettet. Also wie kommt sie jetzt zu einem kleinen Kriminellen als Freund, das ist ja... Ja, das ist ja angemessen. Konform, nicht konform. Der Vater hat auch mit Geld zu tun. Und auch dem Manni wird eine Menge familiär fehlen, so, um, die werden sich gut verstehen, die beiden, glaube ich, die sind gut füreinander da. Für mich ist es auch ganz stark ein Berlin-Film, oder eine Zeitkapsel. Jetzt ist es eine Zeitkapsel, ja. So wie Possession ja auch total beeindruckende Bilder sowas enthält, sehen ja auch, so wie Possession war Anfang der 80er gedreht, so sehen ja Teile von Lola Rent eben, 98 oder 97, wann auch immer gedreht worden ist da, so sehen ja einige Straßenzüge dann immer noch sehr ähnlich, so mit diesem, ja, noch grau-braun und vielleicht wird dann hier demnächst saniert, oder bis heute ist dann wahrscheinlich, sieht das nicht mehr so aus. Genau, dieser Bolle-Supermarkt, das hat er auch erzählt im Audi-Kommentar, das war quasi, äh, mussten sich dann dran halten, weil irgendwie zwei Tage später oder so wurde der Laden geschlossen und ein paar von den Buchstaben haben sie wohl noch im Büro rumstehen oder so, haben sie sich mitnehmen können. Das ist ja lustig, ich dachte, sie hätten den Kaisers umgelebelt. Aha. Ja, ja. Das gab's gar nicht. Ich dachte, wer denkt sich so einen Quatsch, ein Name aus dem Kopf hat. War tatsächlich einer. Also das ganze, aber genau, und wenn sie da bei der Museumsinsel rumrennt oder der eine Platz, wenn ich immer wieder vergesse, weil den hatte ich dieses Jahr. Wie man von oben so sieht, der so grafisch dieser. Also ich glaube, wenn die Polizei vor der Bank steht, ist das genau der gleiche nochmal. Das ist der gleiche, ja, das ist der Brügel. Und ich behaupte, das ist auch der, der in Steig nicht aus im Frühjahr 2018 im Kino war, da hält dann auch Wotan Wilke Möhring mit seinem Auto und Dings. Also das ist halt ein berühmter Platz einfach und ich kann ihn jetzt einfach nicht genau benennen. Aber wir waren ja jetzt auch vor kurzem in Berlin und gerade diese Museumsinselteil, wo zwar immer noch gebaut wird, aber der irgendwie, also ich habe beim Gucken immer mal das Gefühl gehabt, das wirkt so, als wäre ich da irgendwie gewesen. Aber ich glaube, die Baustellen sind entweder verschoben oder es ist halt irgendwas fertig und der Rest ist noch nicht fertig oder wird schon wieder gebaut. Also diese Stadt im Wandel, die da auch mit durchkommt für mich, finde ich. Für eine Fotostraße haben sich viel, hat sich viel verändert. Hat sich sehr viel verändert. Also so wie wir mittlerweile, wenn wir dann mal einen Film gucken, wo London vorkommt, natürlich denken, es sind natürlich die normalen, die gleichen Aufnahmen von London immer, die man da mit der Themse und der Innenstädter hat, aber dann doch irgendwie so ein, zwei Ecken, wo man denkt, ja doch, ich glaube, hier war ich mal oder so. Also dass man sich anders, eben eine andere Identifizierung oder Identifikation damit hat. Und bei den Berlin-Sachen fängt das jetzt so ganz langsam auch bei mir an. Ja und vielleicht ist, das habe ich auch zwischendurch gedacht, dass man die ganze Zeit ja auch in so einem, diesen gleichen 20 Minuten mitten am Tag hängen bleibt und dadurch auch, also das ist manchmal ja auch fast schon ungewöhnlich quasi eben eher genau, also eher vielleicht etwas langweiligeres, graueres Berlin zu sehen, weil es eben auch nicht das nächtliche Berlin ist, wo das dann auch immer wie anders leuchtet oder so. Das ist halt mitten am Tag so. Das ist, also es ist irgendwie, es ist kein Film, der sozusagen irgendeine, keine Ahnung, also irgendeine touristische Postkarte zückt. Also ich wüsste jetzt gerade kein Bild, dass der sozusagen oft darauf, also es ist eindeutig Berlin so, aber es gibt kein, also ich kann mich einfach kein Postkartengefühl so, im Sinne von. Brandenburger Tor einmal oder so, oder Siegessäule, sowas auch. Ja, aber irgendwie, also du meinst, das wäre so ein Motiv. Ja, 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 das gibt es gar nicht. Und wo es dann, als der Film so losging und diese Anfangssequenz war, bevor die Namen eingeblendet wurden, und dann kam dieser ganze Techno-Beat und alles, das ist ja überhaupt nicht meine Mucke, und da habe ich so gedacht, wow, irgendwie, ich weiß nicht warum, das muss ich mal, jetzt muss ich extrem an Berlin Calling denken, war Berlin Calling auch so, und dann dachte ich so im nächsten Moment, als dann sozusagen diese Stadtfrequenz so kam, ich so habe, ja krass, ich habe mal einen Film gesehen, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau, wie hieß, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, woher der kam, und da ging es auch um dieses Partyleben, da war auch halt diese Techno-Szene, da war auch in Berlin gedreht, ich glaube, der hieß Lena Love, nee, Lena Love ist was anderes, ne? Or Juliet, ist ja auch scheißegal, das war auf jeden Fall auch Ende 90er, Anfang 2000er gewesen, auch in dieser Welle, auf die der rauskam, und der spielte sozusagen meine Dämmerung von Berlin und dass diese Straßenzüge auch ähnlich angelegt gewesen sind, also die sind ganz normal, war halt mehr auf Party, auch schnelle Szener-Polge damals gewesen, ich habe das jetzt auch nicht mehr so im Kopf, und das waren auf jeden Fall diese beiden Filme, die mal in den Kopf gesprungen sind, genau bei diesem Intro, und im letzten, wo ich den Film gesehen habe, das hat sich im Laufe des Films jetzt verloren, aber im Nachhinein denke ich schon, dass Berlin-Kornik und Brüder vergleichbar. Was mir beim Intro jetzt gerade auch wieder einfällt, wo bei mir ganz viele Kindheitserinnerungen dann auch wieder wach werden, ist diese Erzählerstimme, der Märchenonkel, der da einfach so zwei Sätze sagt, also quasi so alle, so wie Heino Färsch spielt noch eine kleine Rolle mit dem Ronny, also dem Gangster-Boss, und es sind so ganz viele Sachen, die eher nur so ein paar Sekunden sind gefühlt, oder so ganz kleine Sachen, aber die halt eine enorme Wirkung ausüben, und diesem Gesamtkomplex da irgendwie trotzdem reinpassen. Ich finde, du wirst ja ganz schön reingeschmissen, und als zum Beispiel die ganzen Namen eingeblendet wurden am Anfang, da habe ich gar nicht drauf geachtet, welche Konstellationen standen, wo ihr noch, das habt ihr ja dann nachher gesagt, wo ich da habe ich gesagt, oh ne, das hat gar nicht mitgeschnitten, weil ich immer gerade geguckt habe, ja, kenne ich den Schauspieler, wie heißt der, kenne ich den Namen des Schauspielers, kenne ich den Namen des Schauspielers, das war das Einzige, und da war das ja auch schon wieder weg, das ging ja richtig schnell, 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 und am Anfang habe ich nur gedacht, oh Gott, ich bleibe dieses Tempo von diesem Film nicht, das war ja, boah, das war ja, da war ich ganz froh, als in die Dialogszene im Büro kam, dass da erstmal ein bisschen Ruhe reinkommt, weil das war schon echt, wo ich dachte, also ich fand für mich bevordernd. Ja. Ich meine, das war wahrscheinlich etwas, was mir sehr geholfen hat, noch am Anfang in einem deutschen Film, wo das vielleicht noch ein Wagnis für mich denn war, da reinzugehen, war es, glaube ich, sehr, war das eher beruhigend für mich, dass es ein schnell erzählter Film ist, weil ich vielleicht gedacht habe, das machen deutsche Filme nicht oder so, also die, die ich bis dahin geguckt hatte, das ist ja eh auch mal. Ja, ihr seid ja beide auch sehr von den Filmen begeistert, ne? Ich habe total, also dieses Tempo und alles, mir fällt ja auch tatsächlich in der Hinsicht kein richtiger Vergleich ein, ich meine, du hast jetzt irgendwas, den Film, dessen Titel dir nicht so ganz einfällt, genannt. Ja, ja, vielleicht ist es auch schon gut, ich weiß nicht, müsste ich nachgucken. Was so diesen Tempo, diesen Druck, dieses Gefühl eben, was der rüberbringt, angeht, also jetzt nicht mal auf rein deutsche Filme oder so bezogen, sondern allgemein, da fällt mir jetzt so aus dem Stand kaum ein Film ein, wo wirklich so den Leuten der Arsch brennt, dass die da keine Pause machen können. Also, vielleicht sowas wie Crank, aber selbst da ist es nochmal ein bisschen anders, ne? Und ich, also ich habe mich heute sehr gefreut, dass sehr gut der, der philosophische Unterbau funktioniert hat, also das sind, das ist, da gibt es schon einen Haufen Momente, wo ich so denke, das geht jetzt eigentlich so nicht oder so, also wenn ich vielleicht auch gerade das Spiel gar nicht so überzeugend finde, also da gibt es schon Momente, aber ich merke so, in der Gesamtsumme ist das ganz schön, ganz schön rund. Also, ich finde das einen ziemlich gelungenen Film, der aus lauter Zutaten besteht, bei denen ich jetzt nicht automatisch sage, ey, ist cool so. Also, es gibt auch mal einen Moment, wo ich denke, ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle Varianten durch, in denen wir Laufen zeigen können und das ist meistens der Moment, wo dann nochmal inhaltlich eine neue Ebene eingezogen wird, dass zum Beispiel eben in der dritten Episode, es anfängt so ein, äh, also ja, ich, also sozusagen, das Laufen ist eigentlich von Anfang an ja quasi auch nur ein Bild für sozusagen so einen inneren Prozess, so. Und wenn das dann plötzlich wieder auch greifbar und fühlbar wird, ne, also dann ist das ganz schön gut. Und dann finde ich es sogar auch viel, ähm, also tatsächlich viel gelungener als einige von seinen späteren Filmen von Tom Tück war. Was hat er denn noch gemacht? Ich kenne nur ein paar Filmen, glaube ich. Ja, lassen wir mal weiter zurückspulen, weil direkt danach, äh, kam dann sowas wie, ähm, die, äh, warte mal, wie heißt das denn, die, ähm, der, äh, der Krieger und die Kaiserin. Ja. Ach Gott, okay, das ist auch mit Vergebotente, ne? Ja, ja. Benno Führmann, ne? Ja, genau. Und der ist zum Beispiel, äh, wird dann schon fast ein bisschen splienig, äh, so, ne, der da sozusagen auch, also auch viel sozusagen, äh, über philosophische Bilder und richtig, die, die Vollgranate ist dann Heaven mit, äh, Cate Blanchett, ähm, den habt ihr wahrscheinlich gar nicht so vor Augen, äh, und Giovanni Ribisi. Also ich habe, glaube ich, wirklich nur Lola Rett von den. Ich habe tatsächlich gesehen, aber ich kenne, äh, äh, Krieger und Kaisern wollte ich nicht sehen, das ist ja. Ja. Aber Heaven habe ich gesehen, den fand ich schön. Genau, also ich finde die auch ziemlich gut so, ne, aber ich merke so, die, äh, die, also die sind dann schon eher nochmal, also die empfinde ich dann manchmal schon eher als eine Zumutung, äh, also wo ich so denke, also ich finde das immer, ist für mich das immer ein schmaler Grad, also ich habe, ich mag total gerne sinnlich und auch philosophisch so, äh, äh, quasi so mitschwingen in einem Film, aber wenn mir das sehr so vor die Fresse gehauen wird, dann gibt es immer was, das ist mir dann zu doll, ne, und ich finde, das mag ich halt an Lola Rett, also das ist permanent da und das ist, finde ich, ziemlich rund eingeflochten, aber es, also ich kann, ich kann, also ich muss sozusagen nicht irgendwelche Symbole entschlüsseln, also so wie, wir hatten das ja auch manchmal schon, also, äh, äh, ich gebe manchmal quasi, wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt ein Symbol oder ein Gleichnis und, 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 das, das muss ich, also, das ist jetzt in erster Linie das Vordergründige, so, dann macht mir das meistens keine Freude so, weil ich fühle mich dann wie in einem Kunstseminar oder so, weißt du, und, und insofern, dann, also da, da mag ich Lola Rett, deswegen, glaube ich, am ehesten so von den früheren Tücker-Filmen und, ja, ich, ich kenne tatsächlich ein paar von den, von den neueren nicht wie, äh, drei zum Beispiel, da wäre ich sehr neugierig, ob ich das mag, so, ähm, ich finde ja nicht ganz uninteressant, was der da mit den Wachowski-Geschwistern macht, ähm, Cloud Atlas, äh, ja, genau, und dann sozusagen die Serie, die sehr nah dran ist, Sense8, genau, ähm, ich, aber habe ich auch alles nicht gesehen, also, ja, ja, genau, aber, und, 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 Cloud Atlas? Ach, Cloud Atlas, ich, ich weiß, was ich verstanden habe, ja, Sense8 haben wir dann auch noch gesagt, also, den, den kann ich nicht, und, ich meine, du hast Cloud Atlas gesagt, ich habe verstanden, Cloud Atlas, ich denke, Cloud Atlas kenne ich nicht, das ist auch geschlossen auf der ARD, nee, Cloud Atlas hat mich auch nicht interessiert, muss ich sagen, das war mir auch von nee, das ist nicht mein Thema. Genau, was glaubst du, was ist das Thema von Cloud Atlas? Ja, ich glaube, das ist sozusagen so ein fantastischer Weltenentwurf, wo man natürlich verschiedene Gesellschaftssysteme hüpft, ne? Und eine Person in allen anderen drinsteckt, oder wiederkehrt, auch so eine Wiederkehrgeschichte. Das ist sehr stark drin, aber das, was ich sozusagen schon hier vermute, hier drinnen zu sehen, ist dann in Cloud Atlas sehr vorne an, also auch so vorne an, dass es auch für mich manchmal dann nicht ganz so leicht ist, das zu verdauen, ähm, aber ich merke, da ist, also, ich kann da, also, das passt dann gut so, wie ich manchmal auf Welt gucke, so, da passt das ganz gut zusammen, und so ist es auch bei Sense8. Ich habe schon bei Leuten diese Momente von dieser Serie irgendwie gezeigt, und die sind da überhaupt nicht drauf eingegangen, fanden das eher ganz schön kitschig und überzogen, so, ne? Also, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, also ich muss sagen, nachdem ich eines Sichtens hatte ich ein gewisses Déjà-vu-Gefühl, ich konnte mich an die Szenen nicht so erinnern, aber ich konnte mich an meine Eindrücke von damals erinnern, und ich muss sagen, im Gegensatz für euch bin ich von den Filmen nicht so angetan. Ja. Ich fand das schön, dass es 80 Minuten hat, weil ich kann es nicht oft genug sagen, ich hasse es, wenn Leute sich nicht unter 120 Minuten begeben können, ich liebe es, wenn Filme 90 Minuten länger haben. Ähm, es kam mir tatsächlich deutlich länger vor. Ähm, ich finde dieses Was-wäre-wenn-Thematik, finde ich immer sehr schön in den Filmen, es macht Spaß. Ich fand die Differenzen in den Einzelsituationen, bis das Finale kam, nicht so gravierend, dass es jetzt für mich spannend gewesen wäre, deswegen hatte ich das Gefühl gehabt, dass da auch sehr viele Doppelungen immer kamen, und ich fand dieses immer zu rennen und immer wieder, das fand ich sehr ermüden, das habe ich damals auch schon gedacht, und ich weiß nicht, ob das der Eindruck ist, dass der sich von mir manifestiert hat von damals, oder ob ich jetzt ein Banause bin, aber, ähm, er hat mich nicht gepackt. Und die Musik, also ich mag ja, nee. Das ist sehr traurig alles. Nee, also ich muss ehrlich sagen, es gibt Leute Filme, die mir deutlich besser gefallen haben. Ich muss sagen, ich mochte Franka Potente nie leiden, ich fand sie halt sehr schön gespielt, ich habe mich auch gefragt, wie war das für mich eigentlich begründet, dass ich sie nie sehen mochte, weil ich ja mit ihr nie wirklich einen Film gesehen habe, wie ich das auch gemieden habe. Ich fand sie ja ein sehr sympathisches Spiel. Ich fand Boris Bleibtreu auch ganz niedlich, der hat dann viele Züge so in der Intonation bei den Liege-Szenen so erkannt, wie er heute noch spielt. Das fand ich auch in der Hensel lustig, weil er auch viele, dieser Totale auf sein Gesicht auch aufgenommen war. Dadurch, dass man ja vor ein paar Wochen erst abgeschnitten so mit ihm gesehen hat, das war ja genau diese gleiche Ebene, wie er sich auch entwickelt hat, extrem. Das fand ich jetzt auch extrem spannend. Ähm, aber ich muss sagen, als ich dann so, ich habe mich erwischt bei dem, dass ich, also ich habe für mich gedacht, der, für mich das Highlight war der Papa. Ich finde, der, der hat dann mit Abstand das beste Spiel gehabt. Ich fand auch den Penner ganz niedlich in der Runde und habe dann am Ende so gedacht, ja, der ist jetzt nicht so schlimm, wie du in Erinnerung hattest. Warum ich den Schäden machen, kann ich den mal gar nicht mehr begründen. Aber einmal sehen reicht. Also ich werde ihn jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren nicht mehr nochmal sehen. Also das war halt so ein Ding, wo ich dachte so, ah, ja, ich kann verstehen, dass das so ein It-Film war und das war ja sozusagen auch so für das deutsche große Kino. Das war ja damals auch Trend und das war auch cool, den zu sehen. Und der Videoclip damals hier mit Thomas D war ja auch der Hammer. Aber, ähm, nee, ich muss an dieser Stelle mal sagen, dass ich diesmal der negative Apolier bin. Ich, äh, nee, im Gesamtkonzept gefällt er mir nicht. Also ich, das mit der Musik, würde ich sagen, kann ich nachvollziehen im Sinne von, muss man persönlich nicht mögen. Ich finde, sie unterstreicht natürlich trotzdem. Ja gut, aber ich habe ja auch genug andere Filme, wo der Musik eigentlich spielt, wo ich denke, die mag ich auch nicht und dann, das stört mich dann nicht weiter, ne? Dieses Tempo da mit reinbringen? Diese Trickfilmsequenzen, ich finde auch, dass es eine Hilfe war, aber ich mag sowas grundsätzlich nicht so gerne. Und, ähm, ich finde dieses Tempo, oder? Also das ist, ich, also ich, ich, das habe ich fertig gemacht. Also da habe ich so gedacht, nee, das ist echt so die Love Play-Generation, da schmeißt die einen ein. Also da habe ich so gedacht, krass, oh, nee, das ist, nee, nee, das war mir nichts. Das ist lustig, dass ich manchmal dachte, man merkt ihm an, dass er 98 ist, der ist manchmal noch ein bisschen lahm, der wäre auch schneller inszeniert worden. Also zum Beispiel, ist natürlich total krass, diese Kamerafahrt, ähm, äh, durch das Casino einmal durch, merke ich so, ja, ach, mit der heutigen Technik würden wir es ein bisschen schneller machen. Ich bin mir sicher, Typer würde es auch schneller drehen. Also, äh, ja, interessant. Also, äh, ich, also, also, weil ich, also ich sozusagen mag sozusagen diese, 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 wie soll man das sagen, als wir es keine, na, also die Bewegungsenergie, die da drin steckt, so, ne? Also es passt sozusagen, also es macht sozusagen, also es erhöht sozusagen tatsächlich so meine Aufmerksamkeit. Es gab Momente, wo ich überlegt habe, gehe ich jetzt nochmal ganz dicht ans Bild dran, so, damit ich sozusagen auch von nichts drumherum irgendwie abgelenkt werde, so. Also es ist lustig auch sozusagen, sich dafür zu entscheiden oder dass man eher das Gefühl hat, oh, ich brauche jetzt eher ein bisschen Abstand und könnte jetzt auch mal vorbei sein, ne? Also kann ich verstehen, dass man da so unterschiedlich drauf reagiert. Auf jeden Fall liegt das da dran, wie der inszeniert ist, gar keine Frage, also. Also bei der Casino-Sequenz, bei dieser langen Kamerafahrt hat er eben auch gesagt, äh, die sind erst im letzten Moment eigentlich auf die Idee mit dem Bild gekommen. Da war halt leere Wand, wo er meinte, das geht nicht, das ist viel zu, also allein die Kamera war schon so lange und dann ist da auch noch eine leere Wand, was soll das sein? Ja, ja. Das Bild, wo man den Hinterkopf einer Frau sieht? Genau, das ist eben wie gesagt Vertigo, äh, also wieder so ein verstecktes Filmzitat eben zusammen mit dem Vertigo-Effekt. Ach so, der Vertigo-Effekt ist der Effekt, Kim Nova von hinten zu sehen, weil die hat ja auch die ganze Zeit die Nähe. Nein, der Vertigo-Effekt ist ja das, wenn sie da steht und dann fängt sie an zu schreien und dann ist eben wieder dieses, äh, ranfahren mit reinzoomen oder rauszoomen mit wegfahren, äh. Also, vielleicht ist dir aufgefallen, dass, also, als, sozusagen, sie schreit, sozusagen, gibt's irgendwie eine, so eine physikalische Veränderung in dem Raum. Es fliegen nicht nur die Gläser durch die Gegend, sondern man merkt irgendwie Hintergrund und Vordergrund schieben sich irgendwie so krisch. Was da passiert ist einfach, dass die Kamera in dem Moment gerade, äh, äh, ich glaube, sie fährt weg und, äh, die, äh, äh, es ist schwer zu sagen, also entweder machst du sozusagen Kamera. Also entweder die fährt ran und zoomt raus, wodurch eben so dieses Wupp. Also was wichtig ist, dass der Bildausschnitt bleibt quasi gleich, aber dadurch, dass, äh, du, während du zum Beispiel ranfährst, rauszoomst, damit der Bildausschnitt gleich bleibt, verändert sich sozusagen der Tiefeneindruck. Also von, wenn du an etwas dicht rangezoomt bist, ist alles zusammengestaubt, alles ganz so. Wenn du sozusagen an etwas ganz dicht ranfährst, hast du das Gefühl, du kannst noch ganz viel Raum hinter dem Menschen sehen. Und wenn du das innerhalb eines Bildes ohne Schnitt veränderst, dann sieht das so aus, als würde der Raum von ganz flach auf einmal zu ganz tief werden. Und in dem Moment schreit sie gerade und alle nur drehen sich um und gucken und das macht dann so ein komisches, so, das ist eine riesen Irritation einfach, die das macht. Und bei Verdigow passiert das immer dann, wenn, äh, James Stewart Höhenangst bekommt. Dann hat er auch immer das Gefühl irgendwie, was gerade noch irgendwie gar nicht so tief aussieht, wird auf einmal dreimal so tief. Also weil auch dort Kamera und Zoom jeweils das Gegenteil machen. Achso, das ist spannend. Ja, das ist wirklich eine lustige Konfiguration. Also man kennt es, also, ne, der Hai, wenn der Hai, äh, weißer Hai angreift am Strand und Chief Brody bemerkt das und freut sich so vor und das ist eben auch. Also, ne, ist eben seitdem gerne mal eben für entsprechende Effekte genutzt. Ich hab noch gedacht, über die ganzen Kameraeinstellungen und den ganzen Hin und Her und Schnitt und was, ich weiß, das muss ja für euch eine Goldgrube sein. Das war noch so mein Gedanke, wer das gucken. Ja, und man merkt auch, ein, 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 ein Film-Fan, ein, 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 ein Cineast, wie auch immer man das nennen will, sozusagen, also jemand mit viel Seherfahrung im Kino inszeniert das gerade. Das kommt ja noch dazu und ist das sozusagen, ja, ein sehr früher Film von Tom Tücker, nicht der erste, aber ein sehr früher ist. Ähm, und, äh, von denen gibt's Interviews, dass der, also der hat, äh, lange Zeit, äh, sein Filmstudium überbrückt, war übrigens bei Rosa von Braunheim in der Klasse und, äh, der hat, äh, äh, als Filmvorführer nebenbei gearbeitet und er war in einem Kino, wo es auch immer, äh, sozusagen im Hause eine Kopie von Blade Runner lagerte und er sagte, so mancher Feierabend endete mit einer Privatvorführung von Blade Runner. Ähm, also das merkt man dem natürlich auch an. Er hat auf jeden Fall auch Lust auf, also, oder ich weiß gar nicht, ob er absichtlich Zitate macht, also wenn er das selber so sagt, dann ist das schon, äh, bestimmt in diesen Splitscreen-Momenten, denkt er an Brian De Palma und so, merkt man einfach in den anderen Bildern. Das ist auch eine Lust, das, was die großen Meister alle schon gemacht haben oder was einem selber gefallen hat im Kino, will ich jetzt auch mal machen, so, ne, also. Und deswegen freut mich das, glaube ich, umso mehr, dass darin eine sehr originelle Geschichte ist im Vergleich zu Nucky on Heaven's Door, Gangster, bla, oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist sozusagen, es ist, also, das ist jetzt, also, Lola Rent hatte jetzt kein Vorbild im Sinne von, und das hat jetzt Danny Boyle in Großbritannien oder Tarantino auch schon in Amerika gemacht, sondern, ne, das haben jetzt gerade die, Tom Tück war in Deutschland gemacht, so. Ich vermute, dass das auch eine Menge mit dem internationalen Erfolg von dem Film zu tun hat. Und internationaler Erfolg heißt ja nicht, dass der da jetzt krassen Rekorde gebrochen hat, aber er war interessant genug, dass er, äh, auch im Ausland ins Kino gekommen ist. Und, äh, das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Hat, glaube ich, sicherlich auch der Karriere von Tom Tück war ganz gut geholfen. Er hat in Sundance den Publikumspreis gewonnen. Ah ja, das ist ja spannend, ja. Ja, ein Independent-Filmfest, genau. Ja, ähm, dann haben wir es. Auserzählt. Lola Rent. Abgelaufen. Abgelaufen, ja. Ja. Ähm, wollen wir mal nachdenken, wie es weitergeht? Nein. Nein, wollen wir nicht. Ähm, ja genau, wie geht es denn so weiter? Aber, äh, ja, oder? Können wir uns so drin lassen, die Frage, kommt die Folge denn morgen raus, sozusagen, oder? Wie, wie ist denn das rein rechnerisch? Also, wenn wir jetzt... Der letzte Sonntag im Monat, glaube ich. Ja, also, der nächste Sonntag ist schon der erste vom Dezember, ja? Mhm. Dann mühe ich mich sehr, dass das, äh, auch natürlich am letzten Sonntag des Monats, wie unser Versprechen ja auch lautet, auf diese Folge raus. Ähm, genau. So, im Dezember ist einmal noch Schatzkiste, das ist direkt vor Weihnachten, 22. 23. Dezember 2018. Hallo Zukunft, Vergangenheit, wer auch immer das hier irgendwann hört. Äh, Nightmare Before Christmas kommt da noch, äh, hier im Lichtspital der Wundervoll, Frieder 23 in Rostock. Wer also auf der Ecke ist, vorbeikommen möchte, seinen Weihnachtsurlaub hier verbringt, ist herzlich eingeladen. Und es gibt auch eine Originalvorführung, ja? Genau, am 23.12.20 Uhr, deswegen. Das ist ja super. Na, das, äh, wird terminlich noch spannend. Genau. Das beste Termin überhaupt. Äh, entweder sind alle schon weg oder alle schon da. Naja, das wäre dieses. Und dann gab es aber noch einen anderen Vorschlag. Ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich jetzt, obwohl ich, ich wusste, wo es hingeht. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit so eine schöne Überleitung überlegt, wo ich dachte so, jetzt passt die überhaupt nicht. Ja, und du magst Überleitung, erzähl doch mal, Carly. Na, du hast auf jeden Fall erzählt, dass Weihnachten geht bei dir auch mit etwas Regelmäßigen einher. Ja, und zwar, ähm, habe ich irgendwie, also ich habe letztens die Theorie in den Raum gestellt. Und jetzt kommen, ich bringe mir eine Überleitung trotzdem, jetzt passt es nicht mehr. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Franca Potente geredet und die ist ja jahrelang mit Leija Wood ausgegangen. Deswegen spring, ja, ja, deswegen springe ich jetzt mal direkt in die Mitte, zu meinen Weihnachtstraditionen, weil ich hatte letztens die... Bin gespannt, was das jetzt mit Potente und Wood zusammen hat. Das war's schon. Ich habe ja seit geraumen, also ich habe letztens die Diskussion in den Raum gestellt bei uns, dass in unserer Generation, die End-80er-Kinder sozusagen, die großen Kino-Events waren wirklich Herr der Ringe und Harry Potter und die waren halt auch einzigartig in ihrer Art, damit meine ich jetzt auch, damit keine Missverständnisse aufkommen, reihen. Und habe da auch sowohl Zustimmung als auch natürlich Ablehnung geerntet. Und bei mir ist es sozusagen, seitdem ich 15 bin, die Weihnachtstradition, dass ich eigentlich jedes Jahr Weihnachten abwechselnd Herr der Ringe und ohne Harry Potter gucke. Letztes Jahr haben wir Harry Potter als Herr der Ringe, weil ich das für mich sozusagen durch dieses Gefühl, was ich damals in den Kinos hatte, als ich das lief, komplett mit Weihnachten verbinde. Diese Vorfreude, diese Spannung, jetzt unabhängig von Weihnachten selbst, auch zu dieser Zeit einfach, dass man sich einfach diese Reihen einlassen konnte und dieses unglaublich nervös sein, einfach nur voller Vorfreude ins Kino gehen, diese Sehnsucht nach dem Film, dass es einfach weitergeht. Ich finde, dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich diese Filme sichte und bin immer wieder glücklich, wenn ich das wieder einfangen kann. Deswegen betrübt mich das manchmal, wenn ich das im heutigen Kino nicht mehr so häufig habe. Und da dieses Jahr bei mir wieder Harry Potter ansteht, würde ich jetzt gerne den originellen Vorschlag machen, dass wir Harry Potter und der Steine weisen zur Eröffnung der Weihnachtszeit gemeinsam im Podcast hören würden. Das wäre mein Ansinn. Die hört jetzt den Film. Das wäre persönlich mein Ansinn, weil ich persönlich Harry Potter als mein Lieblings-Franchise sehe. Also das ist sozusagen das, wo ich komplett drin aufgehe. Und da würde ich natürlich auch gerne mal drüber erzählen. Ja, also das ist ja noch ein Film, da habe ich noch ein Film im Kino vorgeführt. Und kann mich noch sehr erinnern, was für Aufregungen es damals gab zu der, oder war das der zweite Teil? Ich glaube, das war schon der erste Teil, bei dem es auch Ärger gab wegen der Altersfreigabe. Das war glaube ich beim zweiten. Achso, ist der zweite das mit dem Drachen? Ja, mit dem Basisten, ja. Alles klar, gut, ja. Der erste ist noch recht jung. Dann ist es da nicht, aber daran, also da, so lange ist das jetzt schon, dann habe ich ja noch richtig, weil auch das habe ich noch erlebt beim Film vorführen. Da musste man nämlich mal aufpassen, dass man die richtige Tonspur-CD, das wurde damals von CD-ROM der Ton zugespielt beim zweiten Teil. Und wenn man da die falsche CD drin hatte, dann war da mehr Ton als Bild von der geschnittenen Fassung. Ah ja, okay, das ist also der erste Teil. Das ist, wann ist der rausgekommen? 97 oder? Glaubst du 2001. Der ist 2001 gekommen. Achso, ah ja, 2001. Ja du, ich habe ja das Gefühl, wir machen das. Und ich habe gerade überlegt, ob ich da so mitgehen kann. Ich glaube, ich wüsste auch kein anderes Beispiel, wo sozusagen so das Serielle erzählen, das für mich damals auch noch nicht so typisch war, dass im Fernsehen eine Fernsehserie direkt ineinander anschließt. Also eher habe ich, glaube ich, gedacht so dieses Prinzip eines Fernsehspecials oder so, also wenn ein langer Fernsehfilm über mehrere Teile erzählt war oder so. Aber im Kino war mir das tatsächlich auch eher neu und fand auch immer eine James-Bond-Reihe schon allein, nicht nur wegen der wechselnden Schauspieler so. Also es waren halt immer in sich abgeschlossene Filme, die irgendwie so aus einem Kos... Ja, sie sind auch nicht mal manchmal aus einem Kosmos, auch manchmal sehr unterschiedliche Filme. Aber dieses, also es ist ganz klar ein Figurenensemble und es ist ganz klar eine Geschichte, die noch fortgesetzt wird. Wie war denn das? Waren damals die Bücher, die waren doch noch gar nicht fertig auch damals, ne? Nee, also, nee, bis zum dritten waren sie draußen, als die erste Filme kamen. Und ich weiß, dass ich auch unglaublich viel schon während dieser Bücher mitbekommen habe. Also das war ein Riesending in den 90ern, muss ja auch so Ende 90er gewesen sein, als diese Bücher gelesen worden sind. Das ging auch, also es war dann irgendwann auch, also weiß ich nicht, ging das, also bei mir war das so quasi, für mich war das Phänomen mit jungen, erwachsenen Frauen in der Erzieherausbildung, da gab es wenige, die nicht gerade mit Harry Potter lesen beschäftigt waren. Und ich habe das damals gar nicht verstanden, was los ist, also ich wusste gar nicht, warum mich das jetzt interessieren soll. Also die Qualitäten von J.K. Rowling, das ist mir dann erst später bewusst geworden. Wir hatten einen Freundeskreis damals, also waren alle so richtige Fans. Ja. Die anderen alle von Herr der Ringe und ich war Harry Potter. Ja. Aber es war halt immer diese Vorfreude und ich hatte eine Freundin gehabt, die hat wirklich geschafft bei Herr der Ringe, denn immer jedes Mal die Bücher von Tolkien noch mal durchzulesen, bevor dann der nächste Fall im Kino war, wo ich immer dachte, bei Tolkien ist es echt eine Leistung, mit seinen Kettensätzen, das ist nicht so meins. Und bei mir war es aber so, ich bin bei Harry Potter recht spät oder durch Zufall herangekommen. Ich bin da erst, ich habe auch die ersten beiden noch nie im Kino gesehen, meine ich. Also beim zweiten bin ich nicht sicher, den ersten habe ich definitiv nicht gesehen. Auf Premiere damals das erste Mal und war sofort infiziert und habe mir damals noch von der Freundin einer Freundin, die um die Ecke gewohnt hat, mit der ich nicht viel zu tun hatte, die hatte die Bücher damals einzige gehabt. Und dann bin ich jeden Abend mit dem Hund hingegangen, habe mir ein Buch geholt, geklingelt, gelesen, nächsten Tag wieder hingegangen und hatte die dann sozusagen von vier Tagen total durch. Und dann, das war der, und seitdem, seitdem ich 15 bin, bin ich voll dabei. Ja, ja. Wir haben ja auch schon sehr häufig Harry Potter gesehen, ne? Allerdings, allerdings, ja. Schöne Sache. Ja, da können wir uns ja dann ausführlich dann im nächsten, übernächsten dann damit beschäftigen, ja. Naja, jetzt bricht die Potter-Phase ja wieder durch mit Fantastic Beasts und Grindelwalds-Verbrechen gerade im Kino. Ja. Ja. Also keine schwerwiegenden Einwände meinerseits. Also wäre jetzt hier irgendein Unterton aus dem Nichts. Also verbindet ihr das nicht mit Weihnachten? Also für mich ist das ja total, ich muss nicht, man darf ja nicht von sich auf andere schließen, aber für mich sind das so Dinge, also beide Franchise jetzt, ne? Die verbinde ich ja komplett mit Weihnachten. Also. Jo. Also naja, ich glaube bei den letzten Teilen nachher hat sie es ein bisschen verloren. Nee, bei Harry Potter war, auf dem vierten Teil war Sommer, ne? Aber so die, die, äh, die ersten Teile auf jeden Fall, ja. Das war auch so die Jugendzeit. Dann eben immer Harry Potter und Herr der Ringe kamen und das waren Flichttermine. Herr der Ringe kamen immer Weihnachten, ne? Flichttermine, ja. Also kann man nochmal nachgucken. Versuche ich auch gerade doch, das war tatsächlich so und ich habe überlegt, also ich glaube das erste Mal, dass ich diese, da war ich noch richtig irritiert, als, es war eh irritierend, dass es vom Matrix einen zweiten Teil gab und als dieser zweite Teil dann so mittendrin abbrach, um dann drauf hinzuweisen, dass es ja dann bald den dritten Teil gibt, da habe ich so, ob das Zukunft hat, also Geschichten so anzureißen und dann mit dem Verweis auf im nächsten Jahr oder wann auch immer geht es weiter, das wird glaube ich nix so, also ich muss sagen, da habe ich auch gestaunen, ne? Also und bei, bei. Ich muss sagen, was Matrix war in der Reihe, ich fand, haben die Fortsetzung nicht gut getan, den hätte man so stehen lassen. Nein, um Gottes Willen, also ich habe lustigerweise den dritten dann auch lange nie gesehen. Matrix können wir ja nächstes Jahr vielleicht gucken in der Schatzkiste. Äh, was? Also ich finde den ersten Matrix schon sehr bemerkenswert. Nee, das finde ich auch geil, aber danach. Ja. Also der sah gar nicht aus wie nach einer, der braucht noch eine Fortsetzung, also war glaube ich auch gar nicht drin. Aber genau, bei Harry Potter, äh, ja weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, wie der erste funktioniert und wie der in sich geschlossen ist. Ich weiß nur, als wir ihn nochmal wieder gesehen haben, dass ich sehr gestaunt habe über die Gesichter, die mir ja schon so lange als erwachsene Gesichter bekannt waren, ne? Also immer Watson und so, ist schon beeindruckend, ja. Wie alt waren die damals? Jung. Sowas wie zwölf oder so, ne? Elf, sorry. Also waren sie schon so in dem Filmalter auch. Alles klar. Ja, dann gucken wir mal, mit welcher Perspektive wir auf Harry Potter gucken. Und ja, ich hoffe sehr Nightmare for Christmas. Das wird nochmal wirklich spannend für mich, terminlich. Weil, ähm, ja. Naja, vor Weihnachts. Das kennt ihr ja alle, wie das so ist mit Weihnachten. Irgendwas ist ja immer. Durch die Gegend fahren und alle Familienteile beglücken. Genau. Okay, dann. Ja, das war Lola Rent. Ein Film, von dem es keine Live-Fortsetzung oder Serienvariante oder sonst was gibt. Auch durchaus mal bemerkenswert, finde ich. Wer weiß, wann die Sachen kommen. Ne, das geht nicht. Ich glaube, auf so eine Idee würde auch keiner kommen. Das ist kein... Er sagt niemals niemand, weil ich nie wieder mal kriege. Ja, ihr habt recht. Top Gun 2. Setzt jetzt niemand diesen Floh und so. Ja. Ja, in diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Adieu.